Gut angelaufener von Ante Rebic, der holt sich den Ball. Steilpass Boateng, Rebic, 16 Metern, Schuss, Tor, 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 Ante Rebic, 1-0, Eintracht Frankfurt, aus dem Nichts, aus dem Nullkommanichts, einmal toll mit Gegenpressing gearbeitet. Rebic holt sich den Ball, Boateng schickt ihn steil und der Rebic gegen zwei Bayern-Verteidiger behauptet er den Ball und vom 16-Meter-Raum mit dem rechten Fuß schließt er ab, nachdem er den Ball selbst erobert hatte und schiebt ihn links unten an Sven Ulreich vorbei, ins Eck. Danny Da Costa mit dem Befreiungsschlag Richtung Ante Rebic, Rebic im Duell mit Martinez, Ante Rebic, ins Tor, ins Tor, 2-1, Ante Rebic und Frankfurt eskaliert, die ganze Bank ist auf die Wiese gestürmt, die Mannschaft in der Kurve und die Bayern gucken dusselig aus der Wäsche, was ist da passiert? Ball kommt rein auf den Kopf von Willems und die Eintracht mit der Chance, Gacinovic allein unterwegs Richtung Tor, Mijan Gacinovic wird der Eintracht Frankfurt zum Pokalsieg schießen, Tor, 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 3-1, Eintracht Frankfurt, Ekstase auf Hessisch, here we go. Der deutsche Pokalsieger 2018 heißt Eintracht Frankfurt. Herzlich Willkommen zum Eintracht Frankfurt, wir sind fucking Pokalsieger Podcast, ich bin Bruder René, außerdem mit dabei Bruder Marvin, Bruder Basti und Schwester Alex. Das schön. Ach, ein wunderbares Intro. Ich kann das kaum hören, ich fange ständig an zu flennen, wenn ich diese Ausfülle sehe, das ist nicht gut. Aber wie geil ist, also jetzt dieser Kommentar da nochmal, der spiegelt das so geil wieder, alles was da war und wie es passiert ist und das Ding von Gacinovic zum 3-1, das ist kaum in Worte zu packen. Vor allen Dingen halt gerade nach dieser Situation, also ich meine, du bist gerade noch dabei, also ich war mir sicher, dass der Elfer gegeben wird und eigentlich bist du noch komplett am Boden, dann kommt da der Videoassistent mit seinem Beweisding dazwischen, dann wird das, dann wird da doch nicht gegeben und im Gegenzug des 3-1, das waren es in so kurzer Zeit so krasse Emotionen von 0 auf 100 und wieder zurück. Ja, es war ein denkwürdiger Tag im Grunde, ich meine, René hat ja vorhin gemeint, wir wollten vorne anfangen, ich glaube, das fällt fast ein bisschen schwer, aber dieses gesamte Spiel hat schon eigentlich gut angefangen, oder? Also ich meine, mit der 11-Minute 1-0 Rebic, ich hatte fast so ein bisschen die Bedenkenscheiße, wir haben gerade zu früh unser Tor geschossen, ja, hätten wir uns nicht vielleicht ein bisschen später aufgehoben, aber ich muss ja sagen, die Mannschaft war wirklich bis unter die 10 Spitzen motiviert. Ja, jeder ist gerannt um jeden Meter, der Kampfeswille war absolut da und das 1-0 von Rebic hat gleich gezeigt, in welche Richtung es geht. Rebic, einmal mehr, der Spieler, der schon im letzten Jahr brilliert hat, hat erneut hier getroffen, den wichtigen Führungstreffer gemacht. Er hat ja nicht nur getroffen, sondern er hat die Chance ja auch damit eingeleitet, dass er ja quasi durch das Pressing eben für den Ballverlust der Bayern gesorgt hat, hat sich quasi selbst die Torschance eingeleitet, also von daher war er ja doppelt quasi dran beteiligt. Aber doch nochmal ganz zurück zum Anfang, was habt denn ihr gedacht, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Natürlich habe ich gekotzt, also nicht bei der Aufstellung selbst, ich fand die Aufstellung grundsätzlich akzeptabel, aber was mich halt tierisch geärgert hat, und das sage ich auch, und deswegen bin ich auch kein Trainer, das ist natürlich das allererste, ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, dass Mayer nicht auf der Bank ist, weil ich gedacht habe, scheiße, das ist ein falsches Zeichen, was du sagst, ich habe wirklich gedacht. Deine Aussage, als du die Aufstellung gesehen hast, war das Erste, was du gesagt hast, scheiße, Mayer nicht im Kader, spinnt der Idiot denn? Und das Zweite, was du gesagt hast, ist, er spielt ohne jeglichen Stürmer, will der sich hier durchmauern. Also von zufrieden war da in dem Moment nichts zu merken, lieber Marvin. Also genau die gleiche Reaktion war es bei mir aber auch. Was, wieso denn ohne Stürmer ist unsere Taktik auf 0-0 zu spielen, um ins Elfmeterschießen zu kommen, was soll denn das? Und dann aber, mit der gleichen Taktik, haben wir uns ja in Bayern von der A-Jugend 4-1 auseinandernehmen lassen. Also da haben wir ja genauso gespielt. Von der Aufstellung her ja, von der Einstellung her 2000 Prozent nein. Ja, aber mittlerweile gehe ich fest davon aus, dass wir absichtlich so schlecht gespielt haben, um die Bayern in Sicherheit zu wiegen. Ich glaube, das war alles Taktik. Das war Taktik, nur weil ich das noch nicht gesehen habe. Aber da hat uns der Kovac ein ums andere Mal ein Schnippchen geschlagen. Und natürlich, die Aufstellung war davor, da habe ich gedacht, meine Güte, was ist da los? Aber es war halt, wie es kommen muss und wie es manchmal auch nicht anders geht. Ich werde da eines Besseren belehrt und da freue ich mich drüber. Denn wie sie dann auf diesen Platz gegangen sind, aber wie das auch top-taktisch wunderbar funktioniert hat. Nicht nur mit Rebic, auch mit Wolf, der ein gutes Spiel gemacht hat. Boateng, der heilige Scheiße, ist das ein unfucking fassbarer Fußballer, der im wichtigsten Spiel dieser Vereinsgeschichte in den letzten 30 Jahren zu seiner Höchstform aufläuft. Ja, was bleibt mir denn da anderes zu sagen? Ich erinnere mich noch gut an die eine Szene. Ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, irgendwie so um die 60. Minute rum. Weiter Abschlag von Radetzky. Er nimmt das Ding mit dem Rücken zum Bayern-Tor. Ne, muss in der ersten Hälfte gewesen sein, weil die sind von der Kurve aus weg. Also er nimmt den Ball mit dem Rücken zum Bayern-Tor an, guckt quasi über die Schulter, wo ist der Spieler? Und so im Drehen guckt er noch mal richtig so, wo muss ich hin? Und haut das Ding einfach Wolle da nach vorne. Also, der hat echt richtig einen rausgehauen, mehrmals an dem Tag. Er hat ja auch einen Pass zum 1-0 gegeben im Grunde, ja. Also war da auch schon richtig. Ja, wir können jetzt viel über die Einzelspieler sprechen, aber mich hat eigentlich in der ersten Halbzeit auch schon begeistert, dass wir nach dem 1-0 die Führung sehr, sehr gut verteidigt und verwaltet haben. Ja, also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich muss sagen, dass die Bayern jetzt kein schlechtes Spiel in dem Sinne gemacht haben. Da darf man natürlich auch nicht vergessen, rein rational betrachtet, auch wenn ich jetzt weiß nicht, ob wir jetzt diese ganze Rationalität jetzt hier überhaupt mit reinbringen müssen. Aber natürlich war auch ein bisschen Glück dabei, wenn du dir anschaust, das Ding, der Lattentreffer. Der Freitag. Da können wir froh sein. Ja, also der Lattentreffer, der dann halt an den Rücken gegangen ist. Von Radetzky können wir froh sein, dass er nicht mit voller Wucht an den Rücken gegangen ist, dass es irgendwie da noch ein Eigentor mehr oder weniger gewesen wäre. Es waren ja wirklich zwei sehr gefährliche Lattentreffer dabei, die die Bayern nicht verwandelt haben. Aber gut, andererseits muss man auch sagen, Latte ist Latte und halt nicht das Tor. Ja, also ich weiß nicht, ob man da dann von... Ja, aber es geht mir sowieso auf den Sack, wenn alle Leute immer sagen, ja, so Glück gehabt. Nein, er hat einfach das Ding nicht eingelogt, hat sie Latte. Das zählt nicht zum Tor. Also es ist Schluss aus dem Maus. Und insofern, das war eine enge Situation, aber auch da haben wir dann Ruhe bewahrt. Und dass wir die erste Halbzeit schon so gut gemeistert haben, hat mich eigentlich sehr glücklich gestimmt, muss ich sagen. Aber um nochmal auf deine Aussage mit dem Tor vorhin zurückzukommen. Ja, es hat gut angefangen, aber das Nächste, was ich mir in dem Moment gedacht habe, Leute, es ist die zwölfte Minute. Das werden jetzt verdammt anstrengende 80 Minuten, bis das Ding hier rum ist. Wie gut ihr euch noch an alles erinnern könntet. Im Gegensatz zu dir habe ich um drei aufgehört zu trinken, weil ich das Spiel noch erleben wollte. Ja, aber darum ging es gar nicht. Ich war auch irgendwann wieder aus Nervosität nüchtern, aber ich habe in der Halbzeit einfach nur da gestanden und habe fast angefangen zu flennen, weil ich irgendwie... Ich war fast sauer in der Halbzeit, weil dieser Präventiv-Pessimismus, den ich mir probiert habe, irgendwie einzureden, dass es eh nicht klappt. Der war weg. Dann guckst du in der Halbzeit auf die scheiß Anzeigetafel und denkst, Scheiße, die führen hier 1-0, Alter, was ist denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Jetzt hänge ich hier schon wieder drin. Die Alex hat es ja auch schon gesagt. Dann hast du dieses Ding, dann hast du wirklich diesen Schlag in den Magen, der dir komplett die Gedärme raustritt, dass du denkst, okay, die beiden kriegen jetzt wahrscheinlich einen Elfmeter. Und ich habe gedacht, wenn die den reinhauen, dann verlieren wir in der Verlängerung. Und dann ist das ja noch bitterer, als hätten wir irgendwie 6-1 verloren oder so. Das war gar nicht zu verkraften. Und dann an diese anschließende Szene erinnere ich mich fast gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich mich dort bewegt habe oder sonst irgendwas. Hast du diesen Einspieler noch gerade, den ich mir vorhin gewünscht habe? Können wir den Einspieler? Den Einspieler? Natürlich habe ich einen Einspieler. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, dass es nicht nur mir so ging. Du musst mehr. Du musst mehr. Ja, 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 ja. Also das zeigt es ja, das war fast zu viel, um das in dieser kurzen Zeit alles zu verarbeiten. Das ist einfach so ein Auf und Ab gewesen, dieses Rebic-Tor. Dann gab es ja auch nochmal eine Kontrolle, ob das nicht ein Handspiel gewesen ist. Dann wieder, da hast du ja quasi das Tor zweimal bejubelt. Dann zitterst du noch, dann kommt vier Minuten Nachspielzeit. Dann kommt diese Szene, die sich ewig zieht, der läuft nochmal raus. Alle Leute, die zu Hause waren, haben geschrieben, Leute, das war Elfmeter, weil die auch im Fernsehen das scheinbar so gesagt hatten. Und dann hattest du dich quasi schon darauf eingestellt, jetzt gibt es Elfmeter, auf einmal zeigt der zur Ecke. Du bejubelst das, bist gar nicht fertig, damit das zu bejubeln und dann läuft Garcinovic schon auf das Tor. Und du guckst einfach nur links und rechts, wer irgendwie bei dir steht und weißt ganz genau, was gleich passieren wird. Und das ist ja dieses Epische an diesem Tor. Also ich weiß nicht, das ist dieser, diese Sekunden, dass du einfach auch noch Zeit hattest, dich darauf vorzubereiten, dass die jetzt das entscheidende Tor schießen. Das war, das ist mir jetzt noch zu viel, als dass ich da irgendwie ausgiebig drüber sprechen könnte, ohne dass mir die Stimme wegbleibt. Das ist einfach... Vor allen Dingen, das war halt oberkrass lang, das fällt dir gerade bei dem Einspieler, das ist mir das erst mal aufgefallen. Genau, und guck mal, wie lange es dann noch gedauert hat, bis der Jubel losgegangen ist. Es war halt so... Ja, nicht nur Jubel, sondern auch wie du merkst, wie quasi so von Millisekunde zu Millisekunde einfach die Lautstärke im Stadion immens anwächst, bis der Ball halt wirklich dann da nachher drin ist und sich das dann da alles entlädt. Also das war... Das ist aber auch genau das, warum wir diese Sendung hier machen und warum wir jedes Mal da hingehen und du hast irgendwelche Leute, die dir was bedeuten, die neben dir stehen. Da sind Männer, die, was weiß ich, 50, 60 Jahre alt, hinter mir saßen, 80-jähriger Rollstuhlfahrer, da hat sich die Seele aus dem Leib geheult. Und dieser Jubel hat, keine Ahnung, fünf Minuten gedauert. Das war einfach... Das ist genau das, warum wir immer wieder dorthin gehen, warum wir sauer sind, uns aufregen und sonst irgendwas. Und jetzt wird hier diese... Der Marvin und ich haben es ja, glaube ich, in dem Video gesagt, die Geschichte macht jetzt plötzlich alles... Es macht jetzt alles im Nachhinein Sinn. Das ist wie so eine Serie, wo du dich mittendrin aufregst und über die ganzen Cliffhanger, die dich abfacken. Und am Ende des Tages denkst du, Alter, okay, in der letzten Folge wird es aufgelöst. Das ist so... Marvin hat ja diesen Spin gemacht mit Heinkes und das ist genau das. Das sind alles Sachen, die da zusammenkommen. Dann steht Charlie Kerbel dort und holt mit dem Pokal in der Hand. Das ist einfach, glaube ich, dafür, dass wir heute schon aufnehmen, das sind noch zu viele Sachen, die kann man in der Kürze der Zeit gar nicht verarbeiten, konnte man an dem Tag auch nicht. Ich weiß nicht, wie euch das spiegt. Vor allen Dingen auch die ganzen Folgen, die das jetzt noch hat. Also ich meine, mittlerweile bin ich froh, dass wir nicht über die Liga nach Europa gekommen sind, weil dann hätten wir in die scheiß Quali gemusst. Jetzt haben wir aber die scheiß Leipziger noch in die Quali geschickt. Also wenn wir dann den Pokal... Ja, genau, wenn wir nicht geholt hätten. So haben wir den Pokal geholt. Also insofern... Ja, das war das, was Alex macht. Genau. Und so die ganzen Konsequenzen auch daraus. Und ich meine, im Endeffekt, ich habe da mal drüber nachgedacht, dass diese ganze Kovac-Kiste mit den Bayern rauskam. Das hat ja nicht nur für uns negative Folgen gehabt, weil eigentlich so ein bisschen für die Bayern auch noch. Also keine Ahnung, wenn Heinke das nächstes Jahr noch Trainer gewesen wäre, wird sich ein Thiago dann erlauben, ihm zu sagen, nö, wechsel mich mal nicht aus. Also er ist ja, als er runter sollte, zeigt er mit dem Finger so, nö, wechsel mal nicht mich aus. Stimmt, das habe ich im Nachhinein auch gesagt. Das ist ja lustig. Das sind alles so Sachen, also vielleicht hat es bei den Bayern auch einfach ihre eigene Scheiße, die sie angezettelt haben, vielleicht hat denen das einfach selbst noch einen negativen Touch mitgegeben. Was ich auch sagen muss, was der Marvin, was für ein Prophet der Marvin eigentlich ist. Und ich wollte es ihm ja in dem Moment nicht glauben. Als Marvin gesagt hat, dass wenn Kovac den Pokal holt, da war er der Einzige von uns, der gesagt hat, dann wird diese Versöhnung stattfinden. Und die hat ja auch noch stattgefunden. Wobei, das war mir zu krass. Dieser Moment, wo die Niko Kovac-Sprechkörbe kam und du hast ihn gesehen, wie er angefangen hat zu flennen. Also, bei mir war es dann auch so, dass ich ihm, das heißt, Verziehen hat sich auch so hochtrabend an, weil er hat mir persönlich ja nichts getan. Aber du hast dann trotzdem, dass man hat, ja, man hat irgendwie mit dem ganzen Verein seinen Frieden plötzlich geschlossen. Mit allen Sachen, die dort drum und drum, die uns wieder fahren sind. Mit diesem Schalke-Spiel, wo man enttäuscht nach Hause gefahren ist. Das hat alles ist plötzlich in diesem Moment, wo Kacinovic auf dem Tor läuft, hast du das Gefühl, der Körper verwandelt sich gerade. Und irgendwas, was du schon ewig mit dir rumschleppst, verschwindet jetzt gerade. Und du weißt genau, dass es alles sich gelohnt hat, dieses ganze Aufgeregel. Weil, wenn man ganz, wir werden ja gleich noch drüber reden, aber wenn man sieht, was das hier den Menschen bedeutet hat, das treibt einem ja immer noch, wenn man nur auf die Straße geht, Gänsehaut in den Körper. Das ist einfach zu krass. Aber ich fand, was, ich hätte es aber auch nicht gedacht, dass diese Versöhnung so stattfindet. Hätte ich mir das persönlich nicht vorstellen können, aber da hat der Marvin recht gehabt, dass das, wenn er den Pokal holt. Weil es ist ja auch so, weil ich höre jetzt keine negativen Stimmen mehr. Ich glaube, das geht vielen. Ja, aber genau das finde ich nicht gut. Also das kann ich auch in keinster Weise nachvollziehen. Eine Versöhnung ist schön und gut. Aber ich kann nicht vor dem Spiel, wenn der Name vom Trainer vorgelesen wird, kann ich nicht als komplette Kurve Niko Kovac auspfeifen. Und 90 Minuten später wegen einem, die ganze Kurve hat gefiffen. Also ich habe nicht gefiffen. Ich weiß nicht, was für dich eine ganze Kurve ist. Aber das war mit Sicherheit nicht so. Das war mega laut zu hören. Ja gut, aber Alex jetzt mal, ne? Ja, okay. Aber das sind die gleichen Leute, die hinterher seinen Namen gerufen haben. Und das funktioniert einfach. Ja, aber das passiert aber. Also so viel ändern 90 Minuten nicht. Ja, aber du, das passiert auch in Familien auch, dass man sich streitet und sich Sachen an den Kopf werfen. Und am Ende verträgt man sich wieder. Das ist trotzdem, glaube ich, einfach auch für die Seele, dieser Pokalsieg hat es zumindest mir persönlich erlaubt, das einfach zu denken, okay, das macht für mich jetzt trotzdem im Nachhinein Sinn, weil ich dann gesehen habe, wie er es geschafft hat trotzdem. Und ich habe ja auch gesehen, dass ihm das was bedeutet. Diese Kühle, die ich ihm am Anfang unterstellt habe, die war ja gar nicht da. Du hast ja gesehen, okay, von ihm ist genauso viel abgefallen wie von mir. Und ich finde, wenn man, ja, wenn man dann auch zwischenzeitlich sauer war, also ich habe meinen Frieden damit gemacht, ehrlich gesagt. Ich wünsche ihm alles Gute. Und ich bin ihm trotzdem dankbar, weil das werden wir trotzdem nicht mehr so schnell erleben, was da passiert ist. Und dann hat er einen Anteil daran. Also, finde ich schon. Ja, also, es wird hier jetzt eh schon alles gesagt. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu sagen jetzt. Aber ich muss schon sagen, ehrlich gesagt, finde ich es natürlich total beschissen, wenn vorher gepfiffen wurde. Ich war natürlich auch mega sauer, dass Maier rausgelassen wurde. Das habe ich auch dementsprechend verbalisiert. Das ist klar. Aber trotzdem würde ich den Trainer nicht ausreiben. So ein wichtiges Spiel ist es auch mega uncool. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich bin wahrscheinlich auch fünf Minuten vorher erst reingekommen, weil die Fashion-Buben in Berlin es wieder nicht hinbekommen haben, den Einlass einigermaßen ordentlich zu machen. Ich habe eine Stunde draußen gestanden und musste eine schwangere Frau über Podest heben im Grunde, damit sie überhaupt rüber konnte. Also, meine Güte, welcher Hans das wieder angenommen hat. Aber gut, lassen wir das jetzt sein. Ich bin, wie gesagt, kurz reingekommen, habe das also dementsprechend nicht mitbekommen. Kann es aber natürlich auch nicht gut heißen. Kann aber auch wohl schon verstehen, dass Leute vielleicht unzufrieden sind. Aber man muss auch sagen, ich habe jetzt schon gehört, dass es Leute gab, die jetzt nicht versöhnt waren. Da muss ich halt sagen, Leute, also versucht euch das mal reinzuziehen, welche Kreise er in Frankfurt gezogen hat. Da kann ich nur sagen, Klassenerhalt in einer nahezu ausweglosen Situation, eine konstante Weiterentwicklung mit einem Pokalfinale, jetzt ein Pokalsieg, was einer der monumentalsten Ereignisse dieser Vereinsgeschichte ist mit gleichzeitigem Europacup-Einzug. Wer da noch immer nicht versöhnt ist, der muss leider, ja, sich mal hinterfragen. Das muss ich ganz ehrlich so sagen, weil natürlich sind Dinge scheiße gelaufen. Aber vielleicht hat sich auch hier ein Kreis geschlossen. Vielleicht ist auch einfach diese hundertprozentige Anspannung gegen Schalke einfach nicht da gewesen, weil du es irgendwie nicht hinbekommen hast. Das kann sein. Vielleicht waren die auch echt fertig. Aber das muss man ihnen auch zugestehen. Und im Endeffekt brauchen wir über das alles gar nicht mehr sprechen, weil er hat das Größte erreicht, was kein anderer erreicht hat. Da ist kein Stepanovic, der kein Stepanovic hat einen Titel geholt, ja. Und auch kein Funkel hat einen Titel geholt, war nah dran, aber er hat es nicht geschafft. Über die Vollzoten wie Skipper und dem ganzen Rotz brauchen wir gar nicht sprechen. Er ist der Mann, der zum allerersten Mal seit 1988 einen Titel geholt hat, der nicht der fucking Antalya Cup ist, ja. Und das ist einer der monumentalsten Ereignisse. Und ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ich habe jetzt viele Bayern-Fans gehört, die gemeint haben, hier zeigt der, wie der versöhnt und so weiter und so fort. Man muss das alles in Relation sehen. Aber wir sind natürlich jetzt aber, abgesehen davon, sind wir auch kein rationaler, neutraler Podcast. Also da kannst du Tobi Escher hören, da brauchst du uns nicht hören. Also das ist auch klar. Ärgert mich. Aber gut. Ich merke, ihr findet hier keinen Ansatz. Insofern gehen wir mal mit dir. Ja, ich bin halt komplett konträrer Meinung. Aber das brauchen wir auch nicht ausdiskutieren. Ist ja auch okay. Ich finde halt, also, ich bin noch nicht versöhnt. Das heißt aber nicht, dass ich seine Leistung nicht anerkenne. Und das heißt natürlich auch nicht, dass ich mich nicht über den Pokalsieg freue. Aber was er da gemacht hat, ist und bleibt scheiße. Und da werde ich mich auch nach wie vor darüber aufregen. Aber du weißt halt auch nicht, du weißt aber nicht, und das ist halt immer noch genau der Punkt, du hast keinerlei Ahnung, ob das vollkommen in seiner Macht ist. Also du gehst ja von dem Punkt. Ja, aber das wusstest du vor vier Wochen auch nicht, als du dich darüber aufgeregt hast. Ja, aber trotzdem haben wir immer abgewogen. Also wir haben immer abgewogen, haben gesagt, gut, es wird allergrößter Wahrscheinlichkeit von Bayern lanciert gewesen sein. Und das ist ja genau das, was wir in den vergangenen Wochen auch gesagt haben. Also ja, die haben heute Morgen angerufen und da habe ich mir schnell unterschrieben und jetzt ist es halt rausgekommen, tut mir leid. Also verarschen brauche ich mich auch nicht. Das ist halt auch ein Punkt dabei. Also aber auch dazu wird eigentlich alles gesagt, wenn er anders damit umgegangen wäre, wäre überhaupt kein Thema aufgekommen. Aber das Thema war da und das ist für mich nach 90 Minuten, die gut gelaufen sind, im Vergleich zu Wochen davor, wo die 90 Minuten immer kacke gelaufen sind. Und es war nicht nur Schalke, also es waren ja die ganzen Spiele davor. Das Spiel gegen den HSV war ein Scheiß, auch keine Ahnung. Das Spiel in München war nicht geil. Ja, ja, klar. Aber trotzdem sehe ich eine andere Gewichtung zwischen einem normalen Singerspiel und einem DFB-Pokalspiel. Das ist doch jetzt alles gut. Ich meine, guck mal, wir haben Leipzig in die Quali geschickt, wir kommen direkt in die Scheiß-Gruppenphase. Wir haben jetzt alles, was wir irgendwie schon da wegschwimmen haben sehen, ist jetzt wieder da. Also es ist doch, plötzlich hatte ich wieder eine aus diesem schlechten, aus dieser versteckten Kamera haben wir es ja teilweise genannt, dass du gedacht hast, ey, die Saison läuft so geil und am Ende verkacken wir die komplett mit dieser ganzen Unruhe, um nur um am Ende noch viel, viel spektakulärer zurückzukommen. Genau. Das ist halt die Geschichte, die erzählt wird. Das ist die Geschichte. Genau, das ist wie, der Marvin und ich haben es ja auch trotzdem wie so einen Wrestling-Kampf genannt, der einfach so lange erzählt wird und am Ende gibt es dieses Finish, wo irgendeiner im Publikum sitzt und seinen Mund nicht mehr zukriegt. Und das ist genau das, was mir auch passiert ist. Ich habe gedacht, ich stehe im Wald. Als wir aus dem Stadion raus sind und gesagt haben, ey, wir haben eben nicht nur eine scheiß Pokal gewonnen, sondern wir spielen nächstes Jahr auch drei sichere Auswärtsspiele in der Gruppenphase in Europa. Dann gehst du die Mannschaften durch, wer da alles so drin ist. Lazio, Rom, was weiß ich, Bejikta, Istanbul. Chelsea, Arsenal, ne? Chelsea, Arsenal. Da können richtig geile Sachen kommen. Braga, wir können vielleicht Strandurlaub irgendwo machen. Also das sind Sachen, die können wir jetzt gar nicht greifen. Ich finde einfach nur, dass für mich hat es diese Geschichte zu Ende erzählt, in dem Sinne, dass man sieht, okay, diese Stadt, das hat sich letztes Jahr bei dem Pokalfinal schon angedeutet. Das haben wir auch natürlich in dem Podcast beschrieben, mit dieser Elektrizität, mit diesem Zusammenhalt. Aber das ist ja hier nochmal komplett über den Kessel explodiert. Also das ist ja, was hier los war. Das ist ja nicht normal. Du hast ja nicht nur die Leute am Römer gehabt. Du hast ja die Leute, die die ganze, der ganze Weg vom Flughafen zu dem Römer war voller Menschen, die einfach draußen standen, um diesen Leuten zuzujubeln. Das sind eigentlich Bilder, die kennen wir hier nicht so krass. Also das sind nicht diese, das sind nicht diese Mallorca, Deutschland spielt, bla bla bla, alle hängen draußen mit Bändchen rum. Ne, das ist ehrliche Freude von Leuten, die da so lange drauf gewartet haben und die mit diesem Verein auch viel mitgemacht haben. Also die Fans haben das auch verdient, das muss man ganz so sagen. Das soll gar nicht irgendwie arrogant als Fankling, aber ganz ehrlich, wir haben hier auch schon so viel Scheiß mitgemacht, so viel Enttäuschung kurz davor und das hat einfach alles irgendwie ausgelöscht und ich bin einfach, ja, ich kann es immer noch nicht fassen, ehrlich gesagt. Also ja, es ist natürlich insofern auch einfach grandios, weil du natürlich jetzt am Sonntag beispielsweise halt auch viele hast, die sich anders sozialisieren mit der Eintracht. Also ich meine, du hast eine andere Verbindung zu einem Verein als zu einer, sag ich mal, einer Nation oder sowas. Ist auch ganz klar jetzt irgendwelche, ja, also Leute, die jetzt nicht vielleicht in Deutschland geboren sind oder halt jetzt nicht so den Bezug dazu haben, die kriegst du, holst du dir ja nicht ab. Aber für gerade so eine internationale Stadt wie Frankfurt, das ist die Eintracht einfach, das kann, das alles. Und das merkst du halt. Und du kriegst auch sau viele junge Fans, die sich jetzt dadurch auch nochmal interessieren. Natürlich bekommst du jetzt auch eine neue Generation heran. Und gerade mit so Leuten wie, also absolut fesselnde Spieler wie Boateng, so Worte und so, keine Ahnung, Reden, die er hält, wie er das gestern getan hat, die sind einmalig, weil er eine Strahlkraft hat, die über das normale Maß hinausgeht. Während drei Viertel der Bundesliga-Fußballer kaum irgendwie ein Mikrohrkader halten können, ist er jemand, der Dinge so verpacken kann, dass sie eine absolute Strahlkraft haben und Leute mitziehen. Das ist jemand, der kleine Kinder inspiriert. Und das ist aber auch jemand, der eine neue Generation von Fans und sei es nur für diesen Pokal heranwachsen lässt. Gestern habe ich so viele Leute gesehen und Jugendliche. Dann ist es halt auch scheißegal, wo du herkommst. Dann ist es scheißegal, ob du jetzt schwarz, gelb, grün oder sonst irgendwas bist. Keine Ahnung, warum du jetzt grün sein solltest, aber vielleicht. Vielleicht sieht es so gut. Vielleicht sieht es schlecht. Selbst dann kannst du ein anderer Fan sein. Genau. Mit Kopftuch, ohne Kopftuch. Gutes Deutsch, schlecht. Das ist doch jetzt scheißegal. Die sind alle zusammen gewesen. Nicht nur, wie du gesagt hast, auf dem Römer, sondern auch in der Nähe der Paulskirche und so weiter und so fort. Stehen schon an der fucking Autobahn. Haben dort gewartet, um ihre Idole zu sehen. Das ist was Einmaliges. Das waren mehr als 50.000, 60.000 Leute, die sich alle gefreut haben, die einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt hatten. Egal woher die kommen, egal wie die ticken, die haben einen gemeinsamen Punkt gehabt. Und das ist die Zuneigung, die Liebe zu diesem Verein. Und das ist eigentlich so unfassbar wertvoll. Das kann man leider kaum in Worte fassen, auch wenn wir das hier gerade probieren. Aber ich glaube, das kann halt auch, und ohne jetzt zu viel in die Zukunft reden zu wollen, der Startschuss für was ganz anderes sein. Und ich denke, so muss die Eintracht das auch begreifen. Denn mit diesem Pokalsieg, mit diesen Typen, die sie jetzt auch noch haben, da, da, also natürlich werden einige wechseln und so weiter und so fort. Aber dieser Gedanke, sei es Rebic, sei es Boateng, das wird sich für ewig einprägen. Rebic ist für mich eigentlich ein bisschen, das hatte ich ja schon getwittert, eigentlich ein bisschen das, was vielleicht ein Krabowski damals war. Natürlich klingt das sehr hochtrabend. Aber in der eben Fußballzeit geht es nicht anders. Und ganz ehrlich, jemand, der zwei fucking geile Tore im Pokal hat. Was für welche, Alter. Wie ein Pitbull, Alter. Aber ich finde den Aspekt, den du dir jetzt eben ganz kurz, bevor du den verlässt, in dem Nebensatz noch gesagt hast, mit dem, diese Internationalität und diese Story, die die Eintracht während der Saison schon erzählt hat und die uns auch bis kurz vor dem Ende der Saison so irgendwie hat feiern lassen, das ist ja trotzdem, auch wenn wir dann sauer waren, es ist ja nicht weg gewesen. Und genau diese Geschichte wird auch erzählt. Weil sie ein Ende gefunden hat. Sie hat ein glückliches Ende gefunden. Ja. Wir haben nicht, die Identität, ne? Genau. Wir stehen für was und alles zusammen. Auch wenn du dir die Feier auf dem Römer anguckst und so, das ergibt alles, das hat alles Hand und Fuß, hier seine Bruder schlagt den Ball lang. Und das hat nicht gekünstelt gewinnt. Das ist aber halt auch die Sprache, die auf der Straße in Frankreich gebrochen wird. Genau. Das ist nichts, was nur in der Eintracht-Kabine ist und das ist nichts, was die Helene Fischer-Pausen-Design-Abteilung sich überlegt hat. Sondern das ist halt, das ist die Identität der Eintracht. Und die haben es geschafft, eine Identität zu schaffen, die zur Stadt passt, die zu den Menschen passt, die zu den Fans passt, mit der sich jeder identifizieren kann, die zur Mannschaft passt. Und irgendwie ist das ein Bild, wo ein Rahmen drumherum ist. Richtig. Und es ist eine Authentität dabei. Denn es ist halt nicht so eine astreine, ganz aalglatte Veranstaltung, wo jeder eher ein Pflichtprogramm abspult. Die Leute, ey, die Spieler waren zum größten Teil, glaube ich, ratzen nicht, ja? Aber dann kommt da halt noch jemand, da singt Moppespads, sein Chuchu-Bogi-Bogi, wo du dir einfach auch denken musst, okay, wie viel Promille muss ich da haben? Ganz kurz, ganz kurz, was ist denn das bitte für ein geisteskrankes Lied? Ich habe es mir heute auf der Arbeit dreimal angehört. Ich auch. Das ist schon ein bisschen anders. Jetzt stell dir mal vor, du bist Ausländer, lernst gerade deine ersten Worte Deutsch und hörst dann Moppespads auf dem Balkon Chuchu-Bogi-Bogi singen. Aber das ist authentisch und das ist so geil, weil dann sagt halt irgendjemand was und dann, ja, okay, natürlich, die Offenbach-Chöre haben sich auch wieder bei Offenbach aufgeregt, Leute, ganz ehrlich, ihr seid ein Viertelgist, ihr könnt auch mal froh sein, dass ihr überhaupt im internationalen Rampenlicht mal erwähnt werdet, ne, also nur mal so, also ihr seid irgendwie doch noch relevant aus irgendeinem unerfindlichen Grund, also insofern, ja, und das sind natürlich Kleinigkeiten, aber whatever, das nimmt man halt mal mit. Aber meine Güte, das ist authentisch, da stehen Leute, die sich richtig authentisch über was freuen, über das, wo keiner wirklich dran geglaubt hat und dann hast du jemanden wie diesen Boateng, der natürlich schon noch ein bisschen angedrungen ist oder sonst sowas, da steht er da mit so einer mega geilen Sonnenbrille, ich will nicht wissen, wie viele Sonnenbrillen der, der, der dieses Label gestern verkauft hat, wie viele kleine Kids bei Amazon sich das oder ein Fake bestellt haben und gesagt haben, ich spiele jetzt auch so ein wie Boateng, was geht ab so, ja, weil genau das ist der Typ, der hat diese unfassbare Strahlkraft und ist so lässig und das finde ich unfassbar, ja, und dann, natürlich ist diese Geschichte geil mit, schlag den Ball an, ja, so geil, das ist es halt, das ist so geil und deswegen liebe ich das, ich brauche keine geschliffenen Reden, wo mir jemand haarklein taktisch erzählt, ja, wir haben die ganz gut überspielt und auf der rechten Außenbahn, Nein, fuck, das sind wir, das ist die Eintracht, ich brauche nicht dieses Rationale, ich brauche diese Emotionalitäten, weil nur dadurch können wir auch gewisse Tele, die wir hatten in den letzten 30 Jahren, gerade nach dem Abstieg, nach dem ersten Abstieg übrigens, gerade nach der Situation mit Höhen, das sage ich schon, mit Heinkes, gerade nach dieser Situation, wo wir unglaublich oft eigentlich Dinge durchlitten haben, deswegen brauche ich Identifikation und Authentizität, weil sonst brauche ich den ganzen Scheiß auch nicht, eine aalglatte Kackmannschaft wird mich hier nicht mehr abholen, die holen mich ab und die haben das Ultimative erreicht und da werde ich halt irgendwann, wenn ich mal selbst Kinder haben sollte, werde ich denen davon erzählen und ansonsten erzähle ich es einem Hund oder so, das ist auch geil. Ja, vor allen Dingen aber auch, dass so die Vereinsführung das auch verstanden hat und das mitzieht, also ich meine, auf welcher Meister, Pokal oder sonst was feier, dürfen denn bitte schön die Ultras mit auf den Balkon und kriegen das Mikrofon, also in welchem Verein gibt es denn das? Ja, und ich fand es auch geil, dass die da einfach mit Pyro oben stehen. Ich wollte gerade sagen, einfach mal zu sagen, ey, klar ist das auch grenzwertig, man kann darüber diskutieren, aber Leute, mal ein bisschen Druck aus der Debatte nehmen, ich habe mir keinen Bock anzuhören, ich habe es aber auch ignoriert, weil ich einfach viel zu gut drauf war. Aber gab es da kritische Stimmen zu? Ja, von wegen, die haben weggeschränkt. Die haben überschattet, weil als der eine Fan auf Gacinovic zugerannt ist und die Spieler mit den Fans zusammengefeiert haben, da hieß es von wegen, man weiß ja nicht, was die da in der Tasche haben, als wenn jetzt einer... Diese Fans haben gerade, die haben gerade den schönsten Moment ihres Lebens erlebt, also zumindest in ihrem Fanleben und rennen da auf dem Platz und ich habe auch teilweise mit den Leuten gesprochen, die dort waren, teilweise wurden die auch, konnten die gar nicht anders, weil von hinten, also diese, einfach diese Masse, die mussten aus Sicherheit kommen, schon dort weg, weil Leute auf dich fallen, dann standen die eben da und dann sind die auch völlig fertig in dem Moment, weil du es gar nicht begreifen kannst, den Leuten zu unterscheiden, dass sie sich ja randalieren wollten. Das ist doch genau der Punkt. Ja, vor allen Dingen, wer dir der Sky-Reporter war das auch, der dann gesagt hat, naja, du weißt ja nicht, zwischen den 60.000 Fans, da werden auch 50 Idioten mit Messer und so sein, als würde da jemand auf dem Platz rennen und die Spieler abschlagen. Also, was ist da los? Ich finde es krass, dass wir das jetzt schon ansprechen, eigentlich ein Punkt für nachher, weil jetzt waren wir ja eigentlich in der guten Stimmung, aber hier muss ich natürlich ganz klar festhalten, ich hatte das erst gar nicht gesehen, bin eigentlich durch euch darauf aufmerksam geworden, muss aber leider feststellen, dass wir hier in einer komplett falschen Filterblase, also die Journalisten, die offensichtlich diejenigen, die sowas sagen, in einer komplett falschen Filterblase, einer Über, ja, wie soll ich sagen, einer Überdrehung der eigenen Wahrnehmung anscheinend erfahren, denn ganz ehrlich, das ist alles fernab der Realität, welches Bild in der letzten Zeit von Fangruppierungen, von Ultras und auch von Pyrotechnik gezeigt wurde, hat im absolut geringsten Ausmaße einen wirklich realen Anspruch, das muss ich sagen, wenn ich sowas höre, dass überhaupt ich auf die Idee komme, zu sagen, ja, da werden ja 50 Idioten mit Messer dabei sein, dass ich überhaupt diese Überlegung anstelle, dass ich dann aber noch sage, das könnte gefährlich sein, dann ist das für mich in einer gewissen Art und Weise sogar schon rufschädigend, und da muss ich wirklich fragen, als rationaler Betrachter eines Spiels, eines Fußballspiels, muss ich mich eigentlich mit Gegebenheiten besser auskennen und solche Aussagen ja zumindest unterlassen, aber, also das ist echt bitter, keine Ahnung, da könnte man sich theoretisch auf offizieller Bühne nochmal beschweren, denn sowas zu Leuten vorzuwerfen, das ist doch ganz klar, dass dann auch die Fans, was ist denn los, das ist ein episches Ereignis, das hast du nicht jedes Jahr, du bist halt nicht jedes Jahr deutscher Sport. Das hat aber keiner verstanden in dem Moment, also da ging es wirklich immer nur, ich habe mir ja auch so ein paar Dinge noch irgendwie nach, nachher angeschaut und durchgelesen und in vielen Dingen war wirklich dann irgendwie drin, Platzsturm, gewaltbereiter Fans, da war keiner gewaltbereit, da ist nur einfach sämtliche Emotionen, die sich in 94 Minuten aufgebaut hat, raus und die haben sich halt einfach gefreut. Vor allen Dingen, hast du auch mal gesehen, wie locker die gewaltbereiten Stürmer einfach zurückgegangen sind, da wurde sich kurz gefreut, die Polizei ist aufgelaufen, die mussten noch nicht mal eingreifen. Die Spieler haben nach vorne gewunken und die Fans haben sich rumgedreht und sind wieder auf ihren Platz gegangen, was ist denn da los? Das ist unsere Euphorie davon, so ein Scheiß nicht kaputt, wir werden in der Dummschmerzer-Kategorie dazukommen noch, glaube ich, da sind glaube ich einige dabei, die da sich verdient gemacht haben. Ja, aber es ist halt schade, dass das so ist, was ich gar nicht mitbekommen habe. Zum Glück habe ich das erst, ich muss ehrlich sagen, ich habe das bis gestern gar nicht mitbekommen. Gestern Abend habe ich zum ersten Mal überhaupt so etwas gelesen, weil ich ehrlich gesagt viele ausgeblendet habe. Weißt du, das sind dann so Momente, ganz ehrlich, wir haben so oft, auch auf der gesamten Welt, haben wir so oft Scheiß und dann kann man ein paar Tage die Kacke ausblenden und sich einfach darüber freuen, was das Purste ist und zwar, dass du einen ehrlichen, ja, vielleicht teilweise durch diese Ereignisse ein bisschen glücklichen Sieg, ja, aber selbst wenn es Elfmeter gegeben hätte, na und, dann hätte vielleicht Radetzke gehalten, dass immer über so Hypothesen gesprochen wird. Natürlich ist es vielleicht für uns ein bisschen glücklich gewesen, aber andererseits haben wir nicht 1 zu 0 glücklich gewonnen, sondern wir haben drei fucking Tore geschossen. Schieße erst mal gegen die Bayern in den wichtigsten Spielen, im Pokalspiel, im Endspiel drei Tore und erzähle mir dann, ob es wirklich glücklich war. Also dann können wir nochmal drüber sprechen. Denn ganz ehrlich, jeder ist hier bis an die Grenzen seines Machbaren gegangen. Wenn ich sehe, dass Hasebe eine, eine, wie soll ich sagen, eine Grätsche schlägt, die voll gefährlich ist, aber die haut er raus und die sitzt punktgenau. Was soll ich denn dazu noch sagen, wenn ich sehe, dass Abraham als Kapitän wahrscheinlich einer seiner besten Spiele macht in einem so wichtigen Spiel, wenn Radetzky sicher ist wie eine Eins, ja dann, dann merke ich doch, die Mannschaft will das bis an, bis an den letzten Rand. Und das ist übrigens genau das. Und da muss ich sagen, ist halt so, was den Bayern gefehlt hat. Da habe ich bei einigen Spielern nicht gesehen, dass die bis an die Grenze gegangen sind. Und das will ich gar nicht kritisieren, das ist halt so. Aber dann musst du halt auch mal ganz klar feststellen und das haben übrigens die allermeisten Bayern-Fans, das muss ich mal ganz klar sagen, das können wir hier noch mal einstreuen, wie viele freundliche Messages wir hauptsächlich via Twitter bekommen haben, die alle gesagt haben, die sich alle, obwohl sie Bayern-Fans waren, die sich alle für uns gefreut haben, die auch gesagt haben, man, krass, wir waren echt eine schlechtere Mannschaft und ich muss echt sagen, cool, dass ihr das Ding geholt habt und so weiter und so fort. Oder auch Leute, die gesagt haben, scheiße, ich ärgere mich, aber Glückwunsch trotzdem. Da muss ich sagen, im höchsten Maße Respekt, denn in der Niederlage auch größt zu zeigen, bedeutet mir persönlich immens viel. Also da kann ich mich nur bedanken, da merke ich, dass wir zumindest in unserer Twitter-Filterblase extrem viele Leute haben, die extrem cool sind und die reflektiert genug sind, Dinge auch so zu beleuchten und vielleicht sich selber beziehungsweise die Mannschaft zu kritisieren und nicht irgendwelche äußeren Umständen. Da merkt man, dass wir vielleicht in diesem kleinen Kreis viel sinnvoller über gerade Pyrotechnik und andere Sachen diskutieren können, was im großen Rahmen vielleicht aufgehitzt gar nicht mehr so möglich ist. Also da freue ich mich sehr. Aber die Eintracht hat es geschafft, mit dieser eigenen Stärke zum Erfolg zu kommen und das muss man bewerten, wie Gacinovic nach 60 Minuten reinkommt. Alter, was macht der denn für ein Spiel? Den habe ich, glaube ich, noch nie so gut nach einer Einwechslung gesehen. Das ist unfassbar. Das war halt auch so, die Aufstellung habe ich gesehen, dann wechselt der Gacinovic auch noch ein. Das waren alles so Momente, wo ich mir dachte, echt jetzt, Gacinovic hat in den letzten Wochen, wann immer er reingekommen ist, kein gutes Spiel gemacht. Ja, bei weitem nicht. Und es war alles, aber lass uns doch das einfach mal, wir haben auch ganz viel zu wenig über Ante Rebic gesprochen, diese zwei Tore, wie ein Pferd, läuft er da durch die Abwehr, die eigentlich Vorsprung hat, also, und kann sich gar nicht stoppen lassen. Also der hat eine Wucht in seinem Körper drin und kann gleichzeitig aber dann noch seine Muskeln bewegen und so beim 2-1 zum Beispiel den Ball irgendwie noch da rein stupsen. Das ist nicht normal. Dieser Typ ist einfach, wir haben den ja eh schon öfters hier ein bisschen gefeiert, aber das ist eine Maschine. Ja, das ist eine Maschine. Das ist einfach, wenn der Marvin hat recht, wenn er sagt, das wird irgendwann, natürlich braucht so eine Vergangenheitsverklärung natürlich auch Zeit, aber wir werden in 5 bis 10, 20 Jahren, werden wir von Ante Rebic, egal ob er jetzt schon wechselt, werden wir genauso reden. Das ist einfach so, weil Uwe Bein zum Beispiel hat auch nicht so lange in Frankfurt gespielt, aber hat halt einen Teil hier dazu beigetragen. Das ist so. Jeboa ist auch dann irgendwann gewechselt. Aber es sind diese, und ich habe mir jetzt auch nämlich gedacht, eigentlich müsstest du jetzt an den Willy-Brandt-Platz fahren und direkt in die nächste Säule dahin machen, weil das ist ein Spieler, der uns den Erfolg beschert hat. Den können wir jetzt hier noch gar nicht, und das Entschuldigen an unsere Hörer, ich glaube, wir können diese Sache, die passiert ist, hier noch gar nicht seriös bewerten. Auf jeden Fall nicht. Das dauert. Du hast, es ist wie so ein Aufgestaut, du hast es in deinem Körper drin, das kommt Tag für Tag. Ich gucke mir jeden Tag wahrscheinlich jetzt hier schon das Gacinovic-Video an und heule da ständig dabei. Ein Elf-Freund-Artikel, den wir später vielleicht noch empfehlen werden. Den empfehlen wir aber so was von. Den kannst du ja nicht lesen, ohne da drin zu unterbrechen, weil du genau weißt, und das ist lustig, weil ich war vor dem Spiel noch mit eben jedem Autor, war ich vor dem Stadion noch mit ihm und seinem eben jeden Cousin, der da erwähnt wird. Das waren einfach, du hast es gemerkt, vor dem Stadion, egal wen du getroffen hast, die Leute haben doch Bock und viele kamen auch zu mir und haben gesagt, ey, euer Video, was ihr gemacht habt, hat uns auch wieder ein bisschen zurückgeholt, weil ich glaube, in dem Artikel ist es glaube ich als diese Unterhaltung nach dem Schalke-Spiel haben glaube ich auch tausendfach stattgefunden, zu sagen, ich kann das nicht mehr, das zieht zu viel Energie. Dieses Gefühl hatten wir ja auch. Dass Herr Marvin es ja auch zu mir auf die Couch kommen hat, musste mich erstmal fast aufwecken. Das ist ja, du hast ja dieses, diese Müdigkeit, die du vorher noch hattest und jetzt kurz danach, eine Woche später, dieses Ereignis, das ist für mich gerade noch zu viel, um das irgendwie seriös einzuordnen, weil ich kann es gerade selber im Musternau noch gar nicht verarbeiten und das sind aber Sachen, Hasebab, die er erwähnt, Abraham auch, das ist einfach, wenn man überlegt, der kam hier, der ist in Hoffenheim nicht zurechtgekommen, kam hier für eineinhalb Millionen Euro, was sehr für ein Spieler geworden ist. Aber auch ganz ehrlich, ja genau, aber auch so die kleinen Details wie da Kosta, bei allem Respekt, da Kosta hat ein erstreines Spiel gegen die beiden gemacht und man darf nicht vergessen, da Kosta ist ein Spieler, der zwischenzeitlich auch gar nicht mehr den Anschluss hatte, also nicht bei der Eintracht, aber bei den anderen Verein wo er gespielt hat, weil er aufgrund der Verletzungen der hatte, aber der kommt wieder zurück. Wenn ich mir sein Interview angucke, was er übrigens bei Eintracht TV, das ist einer der wenigen Dinge, die ich wirklich mal bei Eintracht TV empfehlen kann, ansonsten ehrlich gesagt nicht so viel Grüße, aber das war wirklich einer der Dinge, wo ich sage, meine Güte, der ist so abgeklärt, aber also so dankbar, also so zurückhaltend und also wie er das eingeordnet hat, muss ich sagen, das ist ein geiler Typ und der tut der Mannschaft auch gut, das meint man gar nicht, das sind halt nicht diese ganz Präsenten, aber das sind die Jungs, die sich unfassbar über diesen Titel freuen, die daran natürlich auch wachsen und für der Costa ist auch die Karriere noch lange nicht vorbei, da geht vielleicht noch viel mehr und das ist, also das freut mich und du hast halt in diesem kleinen Pflänzchen immer Dinge, die wirklich noch wachsen können und das ist ehrlich gesagt eine Erfüllung und natürlich schließt sich hier der Kreis und ich kann auch nicht aufhören, darüber zu reden, weil das ist natürlich ganz klar für mich so, das ist das erste Mal, dass wir uns komplett erheben von dem Abstieg, das ist das erste Mal, wo wir ein Ausrufezeichen setzen, was nicht wegzuwischen ist. Natürlich ist Europa Cup Bordeaux, Porto, das sind genau diese Memoiren, Memories, die wir brauchen, um überhaupt dieses Gefühl des Fan-Daseins am Leben zu erhalten, denn würde es das nicht geben, würdest du irgendwann abstumpfen, dann kann, wenn du nur noch Negativität erlebst, wendest du dich wahrscheinlich irgendwann doch ein Stück weg ab und sagst, es tut mir ein bisschen zu weh, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie Kaiserslaut denn jetzt in die Dritte Liga geht, keine Ahnung, normalerweise ist mir Kaiserslaut nicht egal, aber ich glaube für jeden Fan ist es ein desaströser Moment, weil die Dritte Liga nochmal ein anderes Biest ist. Das ist brutal, aber auch die Zweitliga ist schlimm genug und das wissen wir und das wissen wir mehrfach und wir haben mehrfach diese Erfahrung gemacht, nachdem dieser Vollpfosten Heikes bei uns war und eigentlich auch mit dafür gesorgt hat, dass der Niedergang da war, aber wisst ihr was, wir haben es geschafft, dieses Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, nein, es ist alles scheißegal, diese Abstiege, diesen unzähligen Abstiege, dieses Leid, was wir immer ertragen mussten, dass wir immer wieder in die Zweitliga abgestiegen sind, dass wir uns aufgerufen haben, dazu nach Aue zu fahren, sonst wo hinzufahren, wo du eigentlich keinen Bock hast, wo du sagst, naja, komm, da holen wir uns eh immer Niederlage ab. Ich erinnere mich noch, als wir irgendwann mal gegen Oldenburg gespielt haben, da war noch der Butt im Tor, ja, also liebe Leute, das war alles dunkle Zeiten, aber jetzt haben wir was Unfassbares gemacht, aber wo du gerade eben Jupp Heynckes angesprochen hast, um nochmal hier auf Kai Dittmann, den unglaublich professionellen Reporter von Sky zurückzukommen, darüber hat er sich im Übrigen auch beschwert, als Jupp Heynckes vom Platz gegangen ist und die Fans gefiffen haben, also die Eintracht-Fans gefiffen haben, wie man denn so sein könnte, auch wenn er keine gute Zeit in Frankfurt gehabt hat, dass man jetzt so auf dem Lebenswerk eines großartigen Trainers rumkommt, das ist unverständlich und unerhört, genau. Was soll ich denn, jetzt haben wir schon mal gesagt, ich bin nicht dafür verantwortlich, den zu ehren, sondern die machen Leute, die ihm was zu verdanken haben, warum denn ich, ich mag ihn nicht, also was ist das respektlos und auch diese, diese unfassbare Empörung über das Banner, was da vorm Spiel gegangen ist, meine Güte, das ist vielleicht ein bisschen drüber, aber man muss auch nicht immer so tun, als wenn dort irgendwelche Tiere aufgeschlitzt werden. Nein. Ich weiß nicht, da stand halt, Heynckes lebt, stand jetzt, mein Gott, das ist ein bisschen überspitzt. Es ist provokant, aber wir brauchen doch diese Emotionen. Es ist aber auch witzig. Ja, natürlich ist es weg. Ja, das sind, das wäre auch so eine Schlagzeile, die würde auch irgendwie gefühlt dreimal die Woche auf der Bild-Zeitung auf der ersten Seite stehen, da beschwert sich auch keiner. Aber das ist mir ganz ehrlich, Leute, das ist nur scheißegal, wir brauchen diese Emotionen, die Eintracht, die Eintracht-Fans sind halt keine konformen Fans, die immer nur alles machen, damit es möglichst einem großen Part passt. Das ist doch nicht Frankfurt. Was soll ich denn sein Lebenswerk, was soll ich denn als Eintracht-Fan sein Lebenswerk anerkennen und vielleicht noch bejubeln, wo er noch nicht mal unseren Sieg anerkennt und einfach nach der Medaillenverleihung mit seinem kompletten Team einfach in die Kabine reingeht. Ach, weißt du, übrigens ganz ehrlich, die Spalier-Diskussion geht mir auch auf den Sack, ist mir doch scheißegal. Wir haben den Pokal. Ich will mich doch nicht daran aufreiben, dass die anderen vielleicht irgendwie nicht gut genug oder nicht klasse genug sind. Wir müssen auf uns selbst gucken und wir haben den Pokal geholt, was die Bayern machen, ist mir scheißegal. Aber wir sind auch nicht dafür zuständig, dass wir Jupp Heynckes ehren. Ja, das ist mir auch kackegal. Darauf scheiß ich. Wir müssen auf uns gucken und wir haben auf uns geschaut und haben gesehen, dass wir, wir haben jemanden da gehabt, Gürbel, der angefangen hat zu heulen, weil es endlich mal wieder wahr wurde, der hat auch die dunkle Zeit miterlebt. Der ist ja, der geht ja auch nie weg von der Eintracht. Der ist ja näher dran wie sonst einer, weil der immer überall hingekarrt wird, wenn es irgendwie darum geht, dass irgendjemand ein Aushängeschild für die Eintracht sein muss, dann ist er das, ob in guten oder in schlechten Zeiten. Und das ist auch für ihn, was unglaublich emotional ist, dass er sieht, dass sein Verein, sein Herzensverein, ich meine, wenn du überlegst, wie lange er bei uns gespielt hat und wie verbandelt er ist, dass er mal wieder sowas in die Höhe recken kann, das ist die Emotionality. Darauf gucken und gucken, ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, scheiß ich drauf. Ganz ehrlich, ich will nur mal ganz kurz einen Satz würde ich sagen, wenn irgendjemand sich darüber beschwert, dass wir Heynckes nicht ehren, dann will ich nur ganz kurz sagen, überlegt euch das Zitat, was Höhenes damals über Lothar Matthäus gemacht hat, der wird hier höchsten Screenkeeper und es war einer der verdienstvollsten Spiele aller Zeiten, die es beim FC Bayern gab, einer der besten Spieler beim FC Bayern. Bei so einer Aussage eines Offiziellen brauche ich nämlich nie auf ein anderes Podest stellen und dann irgendwie denken, dass die Eintracht-Fans irgendwie nicht respektabel genug sind. Die Eintracht-Fans ist eine wilde Crowd, so muss es sein, so lieben wir sie, so haben wir manchmal auch unsere Probleme mit, aber das ist die Authentizität, die es braucht in einer genormten Fußballwelt. Punkt, auf die Maus. Yes, 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 yes. Aber es war auch geil, man muss auch mal vorm Spiel schon eigentlich anfangen, das war auch schon geil. Also irgendwie, die Stimmung in Berlin auf dem Breitscheidplatz und dann später auf dem Fernmarsch, das sind auch Momente, die gehören auch dazu. Da triffst du Leute, die auf dich zukommen, die du vielleicht auch lange nicht gesehen hast. Jeder, ist irgendwie miteinander verbunden und du hast irgendwie, ja, alle gesellschaftliche Zurückhaltung, will ich es mal nennen, ist aufgehoben. Wenn du jetzt einfach zu irgendjemandem ein bisschen umarmt hast, im Alltag würde er wahrscheinlich denken, du willst ihn in die Tasche klauen. Aber das ist ganz normal. Das war einfach ganz normal. Das war so eine, da lag so ein Spirit in der Luft, der war irgendwie echt geil. Also du hast irgendwie, vor dem Spiel hat sich das schon dann, natürlich wieder vorm Spiel Tanker hatte, die Choreo war auch geil, mit Charlie Kerbel, als er das gesehen hat allein, als er den Pokal reingetragen hat, dann dreht er sich erst nach da, nach da, dann sieht er das, dann hast du auch gesehen, das nimmt ihn auch schon mit. Die war, ja, war aber auch großartig. Das sind alles Sachen, ja, und was sich dann auch noch hier in der Stadt abgespielt hat, Grüße an alle, die ich getroffen habe, ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war. Es ist einfach, das ist einfach so großartig und das hört noch nicht auf, das ist einfach so, jetzt werden schon die Sachen rumgeschickt, hier, nehmt euch alle frei, 31. August ist, glaube ich, die Auslosung oder wann? 31. August ist die Auslosung und vorher ist ja irgendwie noch dieser komische Supercup. Ja, und dann setzt man sich mit seinen Leuten zu Hause hin und bucht irgendwelche Hotels und Flüge und so. Es hört ja jetzt nicht auf mit diesem Ding. Es ist, Marvin hat es gesagt, es kann der Startform was Geilem sein, aber ich muss auch sagen, selbst wenn die Eintracht, wie wir die Eintracht von früher kennen, das verkackt, wie wir das schon mal mit der Ein-Europa-Pokal-Teilnahme gemacht hatten, das ist mir auch egal. Ich bin jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre Minimum versorgt. Also das ist trotzdem so eine Sache, da schließt sich trotzdem so ein kleiner Kreis, der die ganzen Enttäuschungen aufgehoben hat und einfach wieder auf Reset setzt. Also man hat jetzt einfach auch wieder Kapazitäten für Enttäuschung, so wie die Sachen, die wir auch schon erlebt haben. Das war ja jetzt nach diesem Schalke-Ding, als das so abgeschenkt wurde und nach dieser Kovac-Kommunikations-Desaster-Ding-Nummer, war das so ein bisschen, wo du dachtest, boah, ich weiß nicht, ob ich nächste Saison die Energie noch mal aufbringe. Das ist aber jetzt alles wieder auf Null gesetzt. Es ist einfach wieder da, du hast jetzt Bock und Marvin hat mir heute Morgen auch schon geschrieben, ey, das ist das Geilste und ich kann es nicht begreifen, aber Marvin hat auch schon die Gedanken zu sagen, ey, was passiert jetzt? Weil was passiert jetzt? Jetzt ist ja auch nicht nur das Ende von der Geschichte, sondern kann auch der Anfang vom zweiten Teil sein. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil das hättest du, sorry, das muss ich noch ganz kurz einhaken, das hättest du nämlich nicht so erreicht und da hat ja Alex auch vollkommen recht gehabt, stell dir mal vor, wir wären jetzt das Pokalfinale verloren und hätten uns irgendwie, sagen wir mal, eigentlich hätten wir verloren auf Schalke, hätten verloren auf Schalke, was wir getan haben, aber die Bayern hätten auch gewonnen gegen Stuttgart. Dann wären wir ja eigentlich mit einem relativ unguten Gefühl dann doch noch in Europa eingezogen, weil wir haben eigentlich auch eigentlich jetzt ein bisschen alles verloren, haben irgendwie noch Platz sieben, okay, naja, und jetzt die Vier-Vokalfinale haben wir auch verloren, naja, okay, aber dann hätte das, wir hätten niemals dieses Feuer ausgelöst, weil ich war auch fertig, ich muss auch sagen, ich bin irgendwo, natürlich emotional auch leer, wo ich dann gedacht habe, natürlich, die letzten Wochen haben uns alle mitgenommen, weil wir zwischenzeitlich irgendwo auf der Vier waren, wir hätten irgendwie auch vielleicht in die Champions League kommen können und so weiter und dann ist es halt nach unten gegangen. Aber dadurch, dass jetzt dieses unermessliche Ziel, wovon ich eigentlich rational nicht ausgehen konnte, das wir aber trotzdem erreicht haben, da ist natürlich der Speicher jetzt wieder voll und jetzt denke ich halt so weit und jetzt kommen aber genau diese Träume müssen uns ja dann auch, ja, müssen ja uns auch befruchten, dass wir denken, jetzt habe ich da wieder Bock drauf. Alter, ich könnte jetzt schon die Flüge buchen. Ja, gib mir irgendwas, weiß ich, dann fliege ich halt nach Neabel oder was weiß ich, keine Ahnung, wer sich jetzt gerade qualifiziert hat, fliege nach England, super, Dänemark auch, komm, 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 hier, Brönnby, whatever, bin ich sofort dabei. Geil, super, ich bin schon jetzt schon heiß, obwohl die Saison jetzt gerade erst vorbeigegangen ist. Also das ist doch super, eine Vorfreude aufs nächste Jahr zu haben, ist auch mal was Schönes, wo du nicht gleich denkst, oh Gott, jetzt brauche ich erst mal, wie es jetzt zum Beispiel nach dem knappen Klassenerhalt war, ja, da brauche ich immer meine Ruhe, da brauche ich auch mal Alkoholabstinenz, da war ganz schlimm. Eigentlich ist es immer schlimm, weil man nicht vom Alkohol wegkommt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also langsam füllt sich der Akku wieder, ich würde gerne nochmal auf den Moment rund um die Siegerehrung zurückkommen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, und das habe ich jetzt schon von mehreren gehört, dass man da einfach sehr stark gemerkt hat, wie anstrengend diese Saison war und wie unrealistisch in Anführungszeichen das in dem Moment war, weil ich fand, dass es nicht so emotional in dem Moment war. Klar, wir haben gesungen und geklatscht und gefeiert, aber es war, fand ich, im Vergleich zu vielem anderen schon noch ziemlich leise und das mache ich einfach so ein bisschen auch an dem Punkt fest, dass da in dem Moment einfach auch dieser Akku leer war, weil du einfach 94 Minuten da durchgeballert hast und einfach nicht mehr konnte. Das hat sich aber doch, das hat sich doch an dem Abend auch noch gezeigt. Wir haben uns ja auch alle nochmal kurz gesehen auf dem Platz da. Das ist ja auch jetzt nicht mehr so, dass die ganze Stadt abgebrannt wurde. Viele sind auch schon nach Hause gefahren, du hast nach dem Spiel nicht getroffen, aber das war nicht, dass du dich angeschrien hast, sondern man hat sich einfach eher still in den Arm genommen. Also so dieses, ich glaube wirklich auch, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, mehr Euphorie zu produzieren einfach als in diesem Gacinovic-Moment und in den Minuten danach. Das ist dann einfach der Peak, da kommt danach nichts mehr. Dann bist du komplett, dann hast du alle Endorphine, die du in dir hast, einfach ausgeschossen. Und das ist einfach so. Das sind Momente, die werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Grüße an den Lossner und den Juhlern, die neben mir standen, die ich wahrscheinlich im Wechsel denen die Backe blutig gebissen habe und keine Ahnung, so eine Mischung aus Küssen und Beißen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe so oft, wie ich nach diesem Spiel geflennt habe, das habe ich auch nicht normalerweise. Ich bin eher so ein Typ, der sich einfach einigermaßen dann zurückzieht und für sich sein will. Aber so, ich konnte es gar nicht zurückhalten. Aber das Gute war halt auch, dass es nicht nur mir so ging, jedem. Ich habe nicht einen gesehen, der das irgendwie gut verkraffelt hat, sondern das war einfach diese Momente, dass du das Gefühl hattest, da stehen Leute und denen passiert in dem Moment das Gleiche wie dir. Das sind ja alles Leute, die jetzt auch nicht erst seit zwei Jahren dorthin gehen, sondern das sind alles Leute, mit denen hast du dich auch schon zusammen aufgeregt. Die haben alle, jeder hat seine Geschichten zu erzählen, wo er XY gesehen hat. Und wir hatten natürlich diese Sachen mit Reutlingen, mit Kaiserslautern, das gab es. Das waren aber meistens Sachen, die irgendwas mit 1. und 2. Liga zu tun hatten. Das sind Sachen. Telefon, achso. Ja, Telefon. Ich bin schon so durch das Telefon nicht mehr von der Klingel unterstecken. Das sind Sachen, die haben sich einfach unterschieden. Ja, und das sind, ja, das ist einfach trotzdem dieses Maximum, was du haben kannst, zu denken, okay, was ist denn hier? Klingeln sich. Super. Das gibt es auch nur bei Live-Aufnahmen. Großartig. Ich würde sagen, wir spielen dann jetzt einfach mal den Max ab, der hat uns nämlich auch noch was geschickt und bis dahin ist der Basti vielleicht von der Tür zurück. Na klar. Hey, ihr Assis vom Eintracht Frankfurt Podcast. Ist jetzt der Morgen danach. Für euch immer noch derselbe Tag, da bin ich mir relativ sicher. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine geile Truppe. Das war, das war ein Mega-Finale. Es hätte in alle Richtungen ausgehen können. Und genau deswegen war es so ein geiles Finale. Weil das gehört so einem guten Finale mit dazu. Und ihr habt es euch genommen. Ihr wolltet diesen Fucking-Pokal haben. Ihr habt ihn in die Hand genommen. Ihr habt ihn euch nicht entreißen lassen. Und dann habt ihr es auch definitiv verdient. Und es war eine der besten Eintracht Frankfurt-Mannschaften, die ich gesehen habe. Auch eine der besten Leistungen. Ich kann mich an eine Eintracht erinnern, die in großen Momenten immer mal wieder dusselige, dumme Dinge getan hat. Der tollpatschige Kellner. Das hat schon sehr, sehr gut gepasst. Diesmal wart ihr kein tollpatschiger Kellner, sondern ihr wart eine Wiesenbedienung mit 20 Maß in der Hand, die das ganz locker wegrockt. Und egal, um ihr außenrum explodiert das verdammte Wiesenzelt. Aber das ist ihr einfach scheißegal. Die macht einfach ihr Ding und ist deswegen die Heldin. Das seid ihr. Ihr seid eine Wiesenbedienung. Also herzlichen Glückwunsch. Genießt das Ganze. Macht bitte eine Podcast-Folge dazu. Irgendwann werde ich wahrscheinlich dann auch ertragen, die dann mal anzuhören. Vielleicht auch erst in ein paar Jahren. Aber für euch wird es immer eine schöne Erinnerung sein. Feiert schön und fangt einfach viel von dem Tag ein. Grüße. Grüße. Nicht vom Rasenfunk, sondern einfach nur der Max. Grüßt jetzt mal den Eintracht Frankfurt Podcast. Schickt es den anderen bitte auch. Feiert schön. Ja, vielen Dank an unseren ehrenwerten Freund Max vom Rasenfunk, den wir ja auch Samstag dann noch auf dem Breitscheidplatz getroffen haben. Schön war es. War definitiv schön. Ich glaube, der Abend war im Verlauf für uns definitiv besser als für ihn. Aber ja, so ist das halt im Fußballgeschäft. Dafür hatten wir freitags ja Spaß mit ihm. Das war auch sehr lustig. Stimmt, wir waren ja freitags noch bei der bei der Elf-Freunde-Party und Basti, der olle Geier, hat natürlich Selfies mit Alain Mek. Ich habe mich mit Dirk von Torra angefreundet. Grüße. Und hast Selfies mit Schmatzke gemacht. Genau. Ich warte eigentlich nur darauf, dass Basti irgendwann einen Doppelpass übernimmt. Ja, ich auch. Dann lade ich einfach nur uns ein und dann sitzen wir dort. Dann wird nur noch über die Eintracht gesprochen. Dann wirst du schnell gefeuert, weil du nicht in Zielgruppen orientiert arbeitest und nicht die ganze Zeit über die Bayern gesprochen wirst. Leider Spaß. Wir können ja die ganze Zeit über die Bayern sprechen, wir sprechen halt noch nicht positiv über die Bayern. Ich habe da normalerweise kein Problem, wenn du die beiden schwierigen Figuren oder die drei schwierigen Figuren außen vor nimmst. Aber gut. Wir brauchen uns, wie gesagt, wir können ja auf uns gucken. Das Geile ist, ich bin heute eben gerade eigentlich beim Rewe an Thomas Müller vorbeigelaufen, an dieser Thomas Müller-Figur für die WM. Hier, da gibt es doch irgendwie Kärtchen oder so. Und ich bin da dran vorbeigelaufen, habe gegrinst. Das war für mich überhaupt kein Problem. Das hat mich überhaupt nicht provoziert, weil, naja, wir haben den Pokal geholt. Alles gut, Thomas. Auch ein kleiner Mosaikstein, der mich sehr erfreut, dieses ganz kurz angebundene Interview von ihm. Wo er gesagt hat, können Sie sich sparen? Ja, er taucht zur späteren Stunde hier auch nochmal auf. Was mich so ein bisschen im Nachgang zu dem Spiel auch noch so ein bisschen gefuchst hat, aber vielleicht ist das auch wieder nur so Filterblasen-Wahrnehmung. Ich bin ja dann Sonntag relativ früh, nicht ganz so früh wie Marvin, was mich immer noch total irritiert, mit dem Zug zurückgefahren und hatte erstaunlich viel Zeit und habe mir mal so diese ganzen Presseartikel und so weiter durchgelesen und da ging es ja zumindest in den ersten am Sonntag in keinem wirklich um die kämpferisch-spielerische Leistung der Eintracht, sondern da war ja überall nur dieses die Bayern waren nicht bei der Siegerehrung dabei. Das hat mich schon so ein bisschen genau. Du hättest hessenschau.de gucken müssen ohne Spaß. Wir haben nur Jubelartikel, das ist vielleicht auch zu eins. Ich wollte gerade sagen, nee. Wenn wir irgendwann mal irgendwann alles Blöde, was uns nervt, ausblenden können, dann doch jetzt. Ist doch alles scheißegal. Sollen die Zeitungen doch schreiben, was sie wollen und als da Kinder gestorben sind und die Bayern nicht bei der Siegerehrung waren. Ganz ehrlich, ich hab das gar nicht an mich herangelassen. Weil man, wie der Marvin es gesagt hat, du kannst auch an diesen Artikeln geistig grinsend vorbeilaufen, wie der Marvin an einer Figur. Das ist doch egal. Sollen die sich doch aufregen, machen, was sie wollen und mit dem Elfmeter, ganz ehrlich, diese Elfmeter-Diskussion ist mir auch scheißegal. Da kann der Chiria zehn ja, da sagt der andere nein, Kolinas Erben schreibt was. Sei in allen belassen, mich interessiert das überhaupt nicht. Da kratze ich mir am Arsch und gucke mir noch zum 80. Maskacinovich-Tour an. Das ist mir doch scheißegal, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Ich meine, letztendlich, was soll der denn tun? Er entscheidet mit Videobeweis gegen einen Elfmeter. Dann ist für mich der Käse gegessen. Dann gibt es auch keine hypothetische Ja, Wenn und bla bla bla. Das ist halt alles Unsinn. Das ist scheiße für die Person, wenn es offensichtlich die Elfmeter war. Er begründet es damit, dass es, was er einen Tag später nochmal gemacht hat. Dann ist es so und dann nehmen wir das doch hin und dann können wir es auch nicht, da gibt es gar nichts. So, weißt du? Wie gesagt, wir haben 3-1 gewonnen und halt auch nicht nur knapp 1-0 durch den Elfmeter. Wie ich erst gedacht habe, dass wir, wenn knapp durch den Elfmeter einen glücklichen Elfmeter, nein, wir haben 3-1 gewonnen, wir haben drei eigene Tore geschossen, die Bayern haben selbst nicht genügend auf den Platz bekommen. Das stimmt, ja. That's the point. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was die noch mehr frustert, aber was sie nicht zugeben, sie waren ja jetzt auch, ja, sie hatten Chancen, die haben es aber auch nicht reingemacht und sie haben es aber auch nicht geschafft gegen die zerstörerische Taktik der Eintracht halt auch nur da irgendwas durchzusetzen und sie haben halt keinen Sieg wirklich, also sie haben keinen Sieg gemacht und das Tor war halt auch eher, weil wir in dem Moment halt einfach nachsichtig waren, was das Pressing angeht, ansonsten wäre das Tor wahrscheinlich so auch nicht zustande gekommen, also das merkst du halt auch ganz klar. Man muss ganz ehrlich sagen, man muss auch mal überlegen, wer da gespielt hat. Die Eintracht hat gespielt mit allen Aufs und Abs, die wir hatten gegen Bayern München in der Bestbesetzung, als ich die Aufstellung von Bayern gesehen habe, habe ich gedacht, ach du lieber Himmel, das ist, da ist schon das auf dem Platz, was sie auf dem Platz kriegen können, das ist das Beste, so. Und die Eintracht hat es trotzdem geschafft, die Eintracht hat es trotzdem geschafft, diese Mannschaft einigermaßen runterzuziehen. Die Bayern waren jetzt nicht unfassbar überlegen, die Eintracht hat hier mit dem allergrößten Suft gewonnen. Nein, die Eintracht, in der Anfangsphase sogar, war die Eintracht sogar, die ersten zehn Minuten, war die Eintracht besser, fand ich. Und dann hast du, zur Halbzeit führst du auch einigermaßen verdient, dann fällt der Ausgleich und danach ist es aber auch nicht so, dass die Eintracht eingebrochen ist. Das wäre aber wahrscheinlich auch gegen jeden anderen Verein passiert, dass es der Verein, der zurückliegt, dass der am Ende nochmal Druck macht, ist doch klar. Das liegt ja in der Natur des Spiels, dass dann der Verein irgendwie noch probiert und die haben sich natürlich bald sicher die Bälle hin und her gespielt, aber wirklich unfassbar zwingend waren die nicht. Und das ist einfach, und dann kommen diese Entscheidungen und endlich hatten wir auch mal so, ja? Oh sorry, ich habe Kopfhörer. Danke dir. Du bist jetzt übrigens live in der Sendung. Grüße. Der Nico klingelt. Der Nico? Jetzt wissen wir auch, wer geklingelt hat. Aha, aha. Aha. Das ist so, vom kroatischen Busfahrer zum Postboden. Zum Fame-Basti aus Frankfurt. Großartig. Die stecken alle unter einer Decke. Es ist richtig. Der ganze Ärger, das war alles rausgemacht. Die wollten uns hier eine Geschichte verkaufen, dass hier der Basti gegen Nico oder so, im Endeffekt hingen die alle unter einer Decke haben und so emotionalisiert, damit wir am Samstag diese Eruption in uns spüren. Ich merke schon. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wer sich denn diese blöde Geschichte mit diesem Anruf gestern ausgedacht hat. Jetzt wissen wir es. Grüße. Na gut. Gut. Hat bis eben funktioniert, Basti. Jetzt kannst du mir nichts mehr erzählen. Jetzt ist es ja schon vorbei. Ja. Naja. Nee, aber es ist, aber genau so ist es. Und wie gesagt, Bayern, ja, wie gesagt, haben nicht so richtig den Drive rausbekommen. Ich glaube, innerhalb der Mannschaft habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass einiges nicht so stimmt. Ihr habt die Sache mit Thiago angesprochen. Rames hat mich auch ein bisschen gewundert. Da gab es einige, wie soll ich sagen, atmosphärische Differenzen. Und bei uns soll es recht sein, weil wir haben es an dem Tag auf den Platz bekommen. Und die Bayern werden es auch verkraften, meine Güte. Also die werden auch schon wieder ihre Titel holen. Die sollen sich, das ist doch alles in Ordnung. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die die Saison gerettet hätten mit dem Double, weil die glaube ich trotzdem an diesen Champions-League-Ausnagen. Die werden sich jetzt neu aufstellen oder auch nicht, was ich auch schon wieder mit Amüsement gelesen habe. Aber wenn man doch die Bilder gesehen hat, ich glaube trotzdem, dass es trotzdem Konsens auch außerhalb von Eintrachtblase geben kann, dass diese Mannschaft das auch verdient hat und diese Fans auch. Wenn man sieht, wie auf dem Römer rumgepft wird, die ganze Stadt ist voll, hunderttausend auf den Straßen. Das sollte einfach sein. Ich bin der Letzte, der irgendwas von Religion hält, aber das ist trotzdem so eine, das sollte einfach so sein. Das ist einfach so. Das sollte so, das gehört sich so. Im Endeffekt ist doch die Eintracht oder der Verein für viele einfach eine Ersatzreligion. Genau, aber auch die viel coolere Ecke. Ja, Logo. Meine Güte. Also wenn die Religion... Ja, mit Papst, mit Papstpeterischer. Ja, genau. Das war auch geil. Der predigt wenigstens kein Wein und trinkt nur Wasser oder andersrum. Der säuft nur Wein. Der säuft nur Schnapp. Ich würde sagen, der säuft den ganzen Tag nur Wein. Naja, es ist doch einfach, es passt so viel, dass wir, keine Ahnung, wir werden wahrscheinlich, wenn wir nochmal irgendwie eine Saisonabschlussfolge machen, wir werden uns auch noch Sachen einfallen, die wir wahrscheinlich heute auch vergessen, weil jeder, glaube ich, noch an diesem Dienstag so emotional aufgeladen ist und das auch alles erstmal in der Nachbetrachtung alles irgendwie verarbeiten muss, zu denken, okay, da waren auch geile Sachen neben dem Platz, wie gesagt, der Marvin hat es ja auch schon gesagt, dass man so viele coole Leute getroffen hat und dann klappt diese Nummer und dann, ja, die Euphorie ist ja nicht weg. Ich kenne gerade, egal mit wem ich rede, kein anderes Thema. Es gibt in allen sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram, es gibt 90% der Bilder handeln davon. Also es ist einfach so, du siehst einfach, wie jeden das ansteckt. Ja, das stimmt. Und das wird noch lange nachhalten. Genau, und nochmal ganz kurz zu der Thematik, die René angesprochen hat. Natürlich gibt es dieses Schwachsinsartikel, aber es gibt halt genau so viele gute Artikel. Das ist halt genau der Punkt. Das Problem ist, man hat immer eine andere Gewichtung, wenn man irgendwas liest, was einem nicht gefällt. Und dann tendiert man, glaube ich, dazu, das höher zu gewichten, als die Sachen, die einem gefallen. Weißt du, das ist oftmals so. Und ich glaube, der Max hat es ja auch genauso gesehen wie du, dass immer viel negative Berichterstattung natürlich halt auch so ein bisschen ausgelöst, dadurch, dass halt Leute Klicks erzielen wollen und du erzielst leichter Klicks mit negativen Reaktionen anstatt mit positiven oftmals. Aber dann kannst du natürlich, aber wenn du es richtig gut machst, wie jetzt der Artikel, den wir nachher noch verlinken werden, so mit Freunden und so weiter und so fort, wenn du das so emotional die Leute packst, dann packst du die halt auch mit was Positives. Und ich glaube, das ist the ending on the high note. Daran müssen wir uns festhalten. An den anderen, klatterer Datsch. Weil Leute müssen irgendwie sehen, was sie was schreiben. Und deswegen gibt es auch einen Schwachsinsartikel, wo Leute da über die Gefährder in der Kurve schreiben und total undifferenziert irgendwelche drei Zeilen aneinander klatschen. Man muss auch überlegen, wahrscheinlich sind die Leute, die dann noch nüchtern waren um die Uhrzeit, haben eh nicht so viel Ahnung von der Materie, glaube ich. Ich hole mal ganz kurz mein Paket rein, bevor du es geklappt hast. Bis gleich. Ich bin gleich wieder. Alles klar. Ja. Alex, was war denn für dich sonst noch so ein emotionales Moment eigentlich an dem Samstag? Ich meine, du hast ja schon die Aufstellung so ein bisschen skeptisch beäugt, aber ich meine, wie es dann gelaufen ist, war dann schon sehr positiv, oder? Ja, klar. Also ich bin auch tatsächlich mit einem super, eigentlich mit einer super Negativ-Einstellung hingefahren. Ich habe auch euer Video vorher nicht geguckt und ich wollte mich auch gar nicht mehr mitreißen lassen. Also für mich war die Saison einfach zum Abschluss so enttäuschend. Ja. Ich, ja, und bin halt auch mit null Erwartungshaltung da hingefahren. Ja. Im Flieger kam es dann so langsam. Wir sind ja kurz vor knapp erst geflogen und da waren dann aber auch die ganzen Eintracht-Fans im Flieger und, ja, dann kam so langsam der Bock, aber auch immer noch null Erwartungshaltung. Und wenn du halt mit überhaupt keine Erwartungshaltung dahin gehst und dann mit was gehst, was unfassbar und noch nicht mal im Traum so vorstellbar gewesen wäre, das ist halt einfach nur geil. Ja. Und gab es irgendwann einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, hier ist ja doch was möglich. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen wie der Basti hat es eben Zweckpessimismus genannt. Ich, ja, ich wollte mich nicht drauf einlassen. Also ich wollte nicht während des Spiels ah, hier geht was, sondern ich habe permanent versucht, mir einzureden, komm, das 1-1 ist gefallen, da dachte ich mir, ja, komm, muss ja so laufen und ist ja eh nichts drin und, ja. Ja, ne, es ist also, ich habe aber auch genau dieses Gedanken gehabt, obwohl ich wirklich versucht, war sehr pessimistisch, Pepp sehr optimistisch, da nicht mehr eingeredet habe, in einem Spiel, an einem Tag, in einem Tag im Jahr kannst du die Bayern irgendwie doch noch bezwingen, ja, irgendwie so habe ich mir das die ganzen Wochen, die Woche davor eingeredet, aber natürlich denkst du nach dem 1-1-6 und dann gut, okay, eigentlich, ich habe dann schon gedacht, okay, was wird dann unsere Saisonabschlussfolge, der Titel unserer Saisonabschlussfolge, habe ich gedacht, knapp dran oder so nah dran irgend sowas, weil wir waren ja dann nah dran, so nach dem 1-1-6 und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann wird das halt in der Halbzeit habe ich es mir nicht erlaubt, dann habe ich irgendwie fast, als ich mir kurz überlegt habe, was passiert, wenn es wirklich funktioniert, dann habe ich fast wieder angefangen zu flennen, mein Kumpel sagt zu mir, jetzt hör auf zu flennen, du nervst mich und dann fällt dieses 1-1 und dann habe ich mich natürlich in dem Moment auch bestätigt gefühlt, weil ich gesagt habe, ich sag es dir doch, ich sag es dir doch und dann hast du gedacht, diese kurze Aus-, ja, dieser kurze, ja, wie sollen wir, dieses Ungewöhnliche, was die Eintracht in der ersten Halbzeit geschafft hat, das gleich wieder aus, genau, dieser kurze Ausreißer, der gleicht es jetzt wieder aus und die Bayern spielen dann souverän runter und wir verlieren wahrscheinlich wieder 2-1, so wie letztes Jahr, weil da kommt dann auch nochmal irgendwie so ein Tor, Lewandowski macht noch seine Bude und blablabla, da hast du es zum ersten Mal gedacht, dann ist das aber nicht passiert, dann wurde es immer später und dann hast du gedacht, boah, Alter, jetzt verlieren wir, wenn wir es noch verlieren, das wurde halt, eigentlich habe ich mir immer gedacht, es wird jetzt immer schlimmer, wenn wir verlieren, weil 2-0 in Frühst, 2-0, dann kann sich da, ich habe dann immer, das habe ich mir, die 70. Minute, 70. Minute, dann kommt die 80. und als das Rebic-Tor dann abgepfiffen wurde, ey, ganz ehrlich, wie oft die uns da durchgeschüttelt haben, du hast dieses, okay, 1-1, dann hast du wieder Hoffnung, Rebic macht das Tor, freust dich, um danach wieder zu warten, ob es überhaupt zählt, um dich dann nochmal zu freuen, um dann wieder den Elfmeter zu haben, wo du dann denkst, wo du dich dann letztendlich wieder bestätigt fühlst und denkst, ich wusste es am Ende des Tages doch und wenn es den Elfmeter in der 94. Minute ist und dann zeigt er plötzlich wieder auf den Eckball, du realisierst das nicht, Gacimic läuft aufs Zorn und der Rest ist Geschichte, das ist echt, das ist mir immer noch zu viel, das ist mir einfach zu viel. Und dann gab es ja auch wirklich die Situation, ich meine, selbst Eckball, der kann ja auch gefährlich sein, weißt du, du bist ja, du wartest immer noch, ich meine, Eckball, ich konnte, ehrlich gesagt, bei den Eckballen konnte ich nie aufs Spielfeld gucken, weil ich habe beim ersten Mal, als die beiden Eckball gemacht haben, habe ich hingeguckt und der war gefährlich und dann habe ich beim zweiten Eckball nur noch auf die Videoleinwand geguckt und der war nicht mehr gefährlich und seitdem habe ich dann, weißt du, du machst ja im Spiel machst du ja so Marotten, ja, die hören so, okay, ich gucke jetzt immer, bei Eckballen gucke ich immer noch dahin, weil dann denke ich, da wird es nicht mehr so gefährlich, so total, aber sowas denkst du dir halt in dem Spiel so nach dem Motto, ja okay, das bringt vielleicht Glück oder so, weißt du, da habe ich dann nicht mehr reingeguckt und dann habe ich gedacht, komm, und dann aber denkst du, oh scheiße, so knapp jetzt, ja, Eckball, ey, vielleicht bekomme ich jetzt nicht den Alphabet, ich habe das auch erst gar nicht so realisiert, die Situation, okay, und dann habe ich gedacht, okay, aber selbst die Enkel kann gefährlich sein und dann, dass es dann so kommt, ist eine absurd perverse Dramaturgie, die du aber nicht anders erzählen konntest, weil genau das setzt dieser Saison, der Eintracht halt einfach die Krone auf, genau das, genau diese perverse Art, kein locker heruntergespieltes 2-3-0 oder so, sondern genau diese Art und Weise mit dem 1-1, aber dann die wackeligen 5 Minuten, aber dann gleichzeitig merkst du dann, okay, danach ging es wieder und dann siehst du Rebic, der sich eine Chance erarbeitet, endlich wieder und nur knapp das Tor verfehlt, was ja auch schon eine Mörderaktion war, wo er den Ball am langen, ja, wie Rebic ein wunderbar, unfassbares Spiel gemacht hat, der hat ja noch mehr Tore machen können, der hat drei, zwei die seine absolut wichtigsten Tore seiner Karriere geschossen und hätte noch ein drittes machen können und da habe ich gemerkt, okay, okay, hier geht doch was, hier geht was und es ist nicht so, dass die Eintracht das Ding jetzt einfach abschränkt und dann nach und nach hat die Eintracht sich ja auch wieder gefestigt, hat sich wieder mehr in diese Spiele hineingekämpft und dann halt das 2-1 ist glaube ich die Erfüllung, also meine Güte, also seine Karriere ist jetzt schon, wenn du überlegst, wo er auch herkam und das ist halt auch wieder der Punkt, wir können halt viel über rein rationale Dinge sprechen, aber meine Güte, Rebic ist zur Eintracht als gefallener Held gekommen, als potenzielle Hoffnung, als potenzielles Talent, aber das Need and Drive bekommen hat, konstant bei einem Verein, erinnern wir uns an seine Outings, in Red Bull bei Leipzig, wir erinnern uns an die Situation, dass er in Florenz war, wo er Anlagen gezeigt hat, aber es nicht bestätigen konnte und bei der Eintracht, auch unter dem richtigen Trainer, der glaube ich einen ganz großen Anteil daran hat, hat er es geschafft, zu einem Spieler zu werden, der das wichtigste Spiel der Eintracht seit 30 Jahren entscheidet. Das ist unsagbar. Das ist halt einfach diese Geschichte, die das Spiel dann wirklich erzählt, mit dieser Dramaturgie, mit diesem, oh, zweimal kommt jetzt der VAR und dann in der 96. Minute schießen wir dann noch das Tor. Alter, das ist natürlich krank. Ja, wobei aber alles so, also wenn du weißt, in der 94. Minute, du spielst gegen Bayern und dann kommt der Videoassistent, dann rechnest du niemals damit, dass gegen die Bayern entschieden wird. Du rechnest immer mit dem Bayern-Dusel und die Bayern, die in der letzten Minute immer nochmal irgendwie so ein dreckiges Ding ins Tor bekommen, obwohl sie 93 Minuten Scheiße gespielt haben. Das ist das, womit du rechnest und du rechnest nie damit, dass die Eintracht das Quäntchen Glück hat und dass die Eintracht wohlgesonnen im Schiedsrichter gespannen ist und damit rechnest du nicht. Aber umso geiler ist es dann, dass halt dann dieser Konter passiert und ich wollte gar nicht, ich wollte gar nicht, dass Kacinovic schießt. Ich habe so gedacht, Alter, bevor du jetzt schießt, lauf mit dem Ball einfach ins Tor, wie du das manchmal bei so NES-Spielen gemacht hast, wo du nicht mehr genau wusstest, ich schieße, aber du kannst auch hinlaufen. Nintendo World Cup. Ja, genau. Lauf einfach mit dem Ball. Da fällt mir jetzt gerade der Lauf von Abraham ein, der auch einfach mit dem Ball nach vorne gelaufen ist. Das war so geil, der wusste nicht, was er machen soll. Es ist aber auch keiner mitgelaufen. Also ich meine, Haller hätte ja einfach nochmal lossprinten können, um dabei zu sein, aber der ist halt irgendwie so hinterher getrabt und ich glaube, der hat sich auch die ganze Zeit nur gefragt, Abraham, was machst du da? Und der steht auf einmal hinten an der Linie und denkt so, ja. Und nun? Ja. Das war alles auch hervorragend. Es war einfach, das waren so viele Kleinigkeiten. D. Guzman hat für mich auch gut gespielt. Trotz der Ballsicherheit und alleine für Standards war ich traurig, dass er dann ausgewechselt wurde, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn er einen Eckball hat, da geht immer was. Da waren ein paar, die kamen alle scharf rein. Es waren so viele Sachen, das ist alles irgendwie. Ja, wobei, da war dann aber auch wieder der Moment, wo ich mir dachte, und was, und jetzt kommt Russ? Genau, aber jetzt genau. Was ist das für ein Wechsel? Da sagst du genau, das habe ich auch gedacht. Ah, Russ, okay. Wobei, er spielt ja dann vielleicht nicht in der Innenverteidigung. Aber ehrlich gesagt, ja, aber jetzt kam Russ. Und wenn du mir legst, was das auch für ihn für eine Geschichte ist, für jemanden, der bis auf seinen, ja, wie soll ich sagen, Aussetzer, ja, gedanklichen Aussetzer in Wolfsburg, ja, so lange für die Eintracht gespielt hat, jemand ist, der als einer der wenigen nicht nur die Eintracht-Sozialisierung bekommen hat, sondern auch die Jugendarbeit mitgemacht hat, der hochkam, der auch schon das Pokalfinale 2006 mitgemacht hat. Das ist sein drittes Pokalfinale gewesen, als im Trikot der Frankfurter Eintracht. Der Abstieg, Abstieg und dann noch Krebserkrankung, macht er ein Eigentor und so weiter und so fort. Zum Glück gerade noch die Klasse gehalten, aber der lange Weg zurück, wo wir dann immer schon gedacht haben, wo ich auch gedacht habe, ja, okay, der Russ ist jetzt auch nicht mehr Bundesliga-tauglich, das wird jetzt nichts mehr. Aber der hat sich auch in dieser Saison wieder zu einem Spieler entwickelt, der wichtig war. und er hat selbst in diesem Spieljahr noch seinen Stempel aufgedrückt und wird dann auch zurecht eingewechselt und kann seine Karriere, auch seine Karriere, damit ein für alle mal vergolden, wenn du überlegst, welche Geschichte auch allein an dieser Person erzählt wird. An diesem Spieler, der wie kaum ein anderer so lang bei der Eintracht war, ja, das ist schon, auch da ist Gänsehautpotenzial vorhanden. Ja, mehr als vorhanden, würde ich jetzt mal behaupten. Das war schon sehr, sehr viel. Sehr, sehr großartig alles. Das ist schon, ja. Haben wir noch was vergessen, was wir zu diesem Pokalspiel sagen müssen? Wahrscheinlich könnten wir jetzt noch 43 Wochen darüber reden, aber... Es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. Ich könnte da jetzt stundenlang... Ich glaube, am Ende könnten wir halt, ja, wahrscheinlich über jeden Eis in den Spielen... Ja, und natürlich... Ich könnte auch das ganze Spiel von mir aus mit euch nochmal jetzt schauen, das nochmal kommentieren. Ja, ich habe es jetzt schon zweimal nochmal gesehen. Ja, auch. nach dem Stadion dann noch zweimal aufgenommen. Es ist halt einfach obergeil. Gut, mittlerweile spule ich zur ersten Halbzeit, zur zweiten Halbzeit den Anfang immer ein bisschen vor. Auch dieses Video von dem... Habt ihr das mit dem amerikanischen Fox-Kommentator war das, glaube ich... Habt ihr das Video gesehen? Habt ihr das gehört? Ja. Das ist auch geil. Das ist auch geil. There is no goalkeeper. There is no goalkeeper. Das ist auch so geil. Das sind einfach so viele geile Sachen. Diese ganzen Videos vom Römer. Das ist auch so geil. Da kann ich mich alles tausend anschauen. Genau, aber auch ganz ehrlich, die ehrliche Freude... Natürlich hat mich das geärgert, dieser Scheiß-Radecki-Hin-und-Her-Wechsel-Theater-Blablabla. Aber wenn ich den dann auch sehe und das hat mich... Tja, keine Ahnung. Das war ehrliche Freude, die ich da in seinem Gesicht gesehen habe. Und ganz schön viel Alkohol. Der war ja mega rotzevoll. Aber es ist halt ein authentischer Typ so. Das finde ich geil, dass ich eine Authentizität bei den Spielern erkenne. Dass ich nicht dieses abgemachte, abgehalftete Ding... Ja, wir machen jetzt unseren Stiefel und im Endeffekt kassieren wir nur Geld. Nein, das ist pure, echte Emotionen bei jedem Einzelnen. Das finde ich geil. Also diese ganze Römer-Kacke da, das war herausragend geil. Also ich muss echt sagen, wir haben gefeiert und dann mit der Pyrotechnik und auch überall um Römer ging es rund und so weiter und so fort. Das war... Da war Freude dabei. Da waren ausgelassene Kids. Ich meine, ganz ehrlich, was wir jetzt gerade ignorieren, weil wir ja logischerweise alle nicht da waren, aber schau dir mal Bilder an, wie das in der Commerz-Bong-Arena rund ging. Da waren halt... Da waren auch viele Leute, die haben auch gefeiert. Die Stimmung, habe ich mir sagen lassen, war richtig gut. Wie geil das ist. Also ich meine, guck mal, wie viel Potenzial an Fans du dann eigentlich hast. Und das ist der nächste Schritt, auf dem die Eintracht aufbauen kann. Und jetzt bin ich schon wieder angefixt. Ich versuche das immer innerlich zu vermeiden, dass ich sage, okay, weißt du, ganz ehrlich, Eintracht ist ja für mich auch immer ein Verein, mit dem ich hatte, weil ich nie so wirklich gesehen habe, dass wir eine konstante Entwicklung nach oben gemacht haben. Aber die Ausrede gilt nicht mehr. Wir haben die konstante Entwicklung jetzt gemacht. Wir haben es geschafft, auch unter Kovac, uns von jemandem, der ganz knapp abgestiegen ist, zu jemandem zu entwickeln, der eine gesicherte Tabellenposition auf der einen Seite und das Pokalfinale erreicht hat und jetzt sogar den Pokal geholt hat und nach Europa kommt. Ja, das ist eine Entwicklung. Da kann ich nicht weggehen. Das ist eine Entwicklung, eine positive. und darin müssen wir jetzt ansetzen und ich bin jetzt total angefixt, dass die Eintracht es schafft, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, tut mir leid, jetzt geht es bei mir schon wieder rund und jetzt denke ich schon wieder an Europa und jetzt denke ich, ja, wir machen da den nächsten Schritt. Es muss immer weitergehen. Ach ja, es ist geil. Es ist einfach nur schön alles. Es ist alles, alle Begleiterscheinungen sind einfach, das ist einfach so hervorragend. Es gibt gar nicht so viele Berater, die das irgendwie beschreiben können. Es ist einfach einfach. Es ist auch geil, jetzt durch die Stadt zu gehen. Ich war gestern am Weltkistag. Es ist halt auch einfach obergeil, überall laufen die Leute jetzt in Eintracht-Rigots rum und wenn du dann selber mit einem Pokalshirt oder so entgegenkommst, dann kriegst du auf einmal, wirst du von Leuten abgeklatscht, die du überhaupt nicht kennst. Leute fangen spontan an, deutscher Pokalsieger zu singen und so und die ganzen Bedienungen, die tragen alle Buttons mit der Eintracht drauf. Das ist halt irgendwie... Habe ich auch beim Rewe heute gesehen. Sau krass, habe ich heute auch beim Rewe gesehen. Ja, genau, sorry, erzähl ruhig weiter. Das war es eigentlich. Ich wollte einfach nur sagen, wie geil das gerade ist und wie man merkt, wie die ganze Stadt einfach komplett mitgeht. Ja, das ist halt nicht zu fassen. Das ist halt diese Stadt auch. Die Eintracht war vorher auch schon geil. Das ist trotzdem so. Egal wie sehr die uns als Fans genervt hat, die Eintracht war trotzdem geil. Die Eintracht hat immer geile Auswärtsfans gehabt. Die Eintracht hat auch immer ihre Geschichte gehabt, dieses Trottlege und wir hatten aber auch immer unsere Momente. Aber das war, das hat alles getoppt und dann hast du einfach, dann sind alle diese Sachen, wo du eh schon wusstest, dass das hier geil ist. Das ist alles sichtbar geworden plötzlich. Das ist alles sichtbar geworden in dem Sinne, dass du sagst, ey, diese Mannschaft ist auch geil. Das sind Spieler, die, ja, ich würde Rebic gerne aufessen. Das sind geile Typen auch. Wie der sich da reinwuchtet, boah, ihr habt es ja alles schon gesagt. Dann, wie der Marvin das auch gesagt hat, dieses Bruder, schlag den Ball lang. Das sind Sachen, die reden wahrscheinlich wirklich so in der Kabine und wie hier in Frankfurt, in dem Fußballverein, wird genauso geredet. Das ist einfach, dass diese, diese Spirit, den diese Mannschaft verkörpert, auch diese Internationalität und diesen Zusammenhalt und gleichzeitig, was du mit diesem Zusammenhalt erreichen kannst, das spiegelt schon ein bisschen die Stadt hier wieder. Das ist trotzdem, Frankfurt ist trotzdem eine Stadt, wo auch so außerhalb vom Fußball viele coole Sachen passieren. Das ist einfach, Frankfurt ist einfach irgendwie eine geisteskranke Ruffe, auch manchmal ekelhaft, aber eigentlich ist es wahrscheinlich wirklich die geilste Stadt in Europa und dann hast du diese Fans und dann hast du auch diesen Moment und du bist mit 30.000, 40.000 da in diesem Olympiastadion, 100.000 hier, auf der Autobahn hupen dich alle an. Das ist einfach, das ist schon nicht so zu vergleichen mit vielen anderen Sachen, finde ich. Das ist einfach auch, wenn ich es objektiv betrachten würde, was sehr, 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 sehr Besonderes und das bestätigt ja, was der Marvin gesagt hat, dass das auch Fans von anderen Vereinen, nicht nur Bayern-Fans, aber auch andere, die sich mit mir gefreut haben, Grüße an die Union-Berlins-Fans, die Freitagabend auch bei der Elf-Bone-Feier waren. Da war auch jemand dabei, der Grüße an den Grobi, der sich auch während dem Spiel angefangen hat zu heulen, weil er, nicht weil es für ihn was bedeutet, sondern weil er aber jetzt mittlerweile irgendwelche Leute kennt, denen das was bedeutet und der das einfach auch übertragen kann und denen das dann auch rührt. Das sind einfach, ich glaube jeder und jeder, der uns auch hier mitgekriegt hat, wie wir uns hier immer aufregen und manchmal freuen, manchmal hier und hadern und denken, die Eintracht kriegt es nicht gebacken. Die wissen ja auch, die wissen ja auch, dass wir gerade in diesem Stadion stehen, wenn Gacinovic auf dieses Tor läuft und das ist schon, ich kann es ja auch nachempfinden, weil mir ging es ja so, als ich das Osako-Tor von Köln, damals, als sie sich dadurch für den Europapokal qualifiziert haben, da weißt du ja dann auch, ach du lieber Himmel, das findet man ja dann auch schon geil und jetzt hat man das auch noch selber erlebt, mit den ganzen Geschichten, die wir erzählt haben und ich wiederhole es nochmal, auch, dass Jupp Reinkes sein letztes Spiel war. Ciao, mein Freund, vielen Dank auch. So, das ist trotzdem eine Geschichte, die finde ich auch geil, zu denken, wir haben dem einfach den Abschied ein bisschen versaut, weil da war einfach auch noch eine offene Rechnung da, fertig, aus und das sind einfach so viele Geschichten. Charlie Kerbel, wir haben es jetzt alles schon tausendmal gesagt, aber ich könnte es noch zwanzigtausendmal erzählen, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich werden wir wirklich in der Saisonabschlussfolge auch nochmal mit Sicherheit das ein oder andere Wort über dieses epochale Spiel und das ist gar nicht übertrieben verlieren. Grüße an alles und die Welt, Grüße ins Universum. Ja, es ist genau so und es ist natürlich, natürlich arbeite ich auch mit, ja, wahrscheinlich rein emotionalen Überhöhungen, aber es ist für mich halt schon auch ein bisschen eine Bestätigung, dass in einem Mikrokosmos in Frankfurt gute Dinge entstehen können, ja, die, wo wir uns oftmals auch gegen andere Dinge durchsetzen müssen, natürlich, ich meine, wir waren, ja, sorry, wenn ich die Thematik nochmal aufbringe, aber wir waren halt der erste Verein, der sich mit unserem bierlaunigen Präsidenten dagegen gewandt hat, dass wir halt keinen Bock haben auf irgendwelche rechtsnationalen Wichser, tut mir leid, aber wir haben halt keinen Bock drauf und dass das aber dann natürlich halt auch sportlich irgendwo noch bestätigt wird und dass dann gezeigt wird, ja, und wir sind halt dann aber nicht nur der Verein und dann trotzdem immer wieder nur verliert, sondern halt, wir haben es jetzt mal mit einem sportlichen Erfolg untermauert und haben gezeigt, dass Internationalität, dass ein Zusammenleben der diversesten, der krassesten Art und Weise der diversesten Nationen irgendwie zum Erfolg führen kann, ja, es ist natürlich eine Bestätigung und das lasse ich mir auch nicht nehmen, das zeigt halt für mich, dass wir in einem kleinen Mikrokosmos Dinge positiv entstehen lassen können, von denen andere sehr, sehr dabei sind, alles zu torpedieren und das nehme ich als Ansporn, das weiterzutragen, genauso. Das geht auch über den Fußball hinaus, das muss man schon so sagen, das geht darüber hinaus, das beträgt sich auf die Stadt auch, das ist, ja, auch außerhalb vom Fußballstadion nimmt das Form an, die für den Zusammenhalt auch und identitätsstiftend sind in einer guten Weise für viele, viele, viele Leute. Und es werden ganz schön viele Neuanmeldungen ankommen, das sage ich dir, und das müssen wir auch positiv honorieren, da heißt ja nicht, Erfolgsfeind und so, das ist halt einfach so, als Kind gewöhnst du dich, bekommst du natürlich immer was mit, wenn du irgendwas Besonderes erlebst und viele Kinder, sei es, ob die jetzt acht oder neun oder was weiß ich, dreizehn sind und dann vielleicht zum ersten Mal eine Fußballsozialisierung genießen, ja, weil sie es vielleicht nicht von Haus aus haben, die sagen, ach geil, diese Eintracht, das gefällt mir und die werden jetzt angefixt und dann werden die wahrscheinlich auch irgendwann wieder Tränen, Tal des Tränens durchschreiten müssen, so wie wir das gemacht haben, aber wenn sie dann irgendwann wieder so ein positives Erlebnis haben, wie wir das jetzt geschafft haben, dann geht es halt wieder und genau so müssen wir das halt einfach sehen und ich glaube, nur so kann sich der Fußball, der normale Fußball, der auch schon total drüber ist, ist doch ganz klar, aber trotzdem noch so eine kleine Bastion des nicht wild gewordenen Finanzwahnsinns, nur so kann sich das einigermaßen halten. Sollen wir mal nach vorne gehen und mal noch so auf ein paar andere Themen schauen, weil Frau Alex muss ja dann auch gleich noch hinfort. So sieht es aus. Einen haben wir noch zum Abschluss. I heard Bayern lost. But I think that's not too important for us. Den musste ich da einfach rausschneiden, der ist großartig. Es spricht natürlich auch wie die Person hier im Club, trotzdem, ich feiere den auch. Ich weiß, viele mögen den, ich bin großer, großer Fan und wenn ich mir überhaupt noch vom Fußballgott eine weitere Kirsche aussuchen dürfte, dann dass er jetzt noch die Champions League gewinnt. Habt ihr das gelesen, den ich mir tweetet habe gestern? Ja, ja. Das ist ja auch geil. Also da hat irgendeine, keine Ahnung, ich habe den Typ, ich habe so eine Frankfurt-Suche, so eine Frankfurt-Suche bei Tvidek, wo ich immer so grob überschaue, was irgendwie so gerade in Frankfurt passiert. Naja, halt auch wegen der Arbeit und dann, weißt du, der kann ja auch sonst irgendwie Unfall oder sowas sein. So, und dann schaue ich und dann kommt dann dieser Tweet, wo dann steht, ja, also, ähm, interessante, soll ich? Ja, dann mach halt du. 1981, erstens Royal Wedding, zweitens Frankfurt hat den DFB-Pokal gewonnen, drittens London, ein London-Klub gewinnt den FE Cup, viertens Liverpool besiegt Real Madrid, 2018 Royal Wedding, Frankfurt hat den DFB-Pokal gewonnen, London-Klub hat den FE Cup gewonnen, rate, was vier ist. Sie hörten es hier zuerst. Kann schon sein. Alle schnell ins Wettbüro. Also ich meine, mit dem FA Cup, London-Klub ist natürlich jetzt schon ein bisschen hinzugesponnen, aber allein, wenn wir diese drei Dinger nehmen, also mit der Royal Wedding und gerade einen Eintracht-Pokal, sie kannst du nicht wirklich gut planen, also das ist schon ziemlich geil. Schwierig. Und dass du genau das gleiche Finale hast, ist natürlich auch ganz geil. Ja, natürlich. Ich glaube, Grüße gehen vom Eintracht-Podcast raus an Jürgen Klopp. Ich glaube, der hat hier sehr viele Supporter. Definitiv. Definitiv. Wenn wir schon gerade bei der Thematik Trainer sind, da war ja noch diese Geschichte vor dem Pokal. Ja, das machen wir beim Saisonabschluss, würde ich sagen. Ja, aber wir sollten es ja trotzdem hier einmal kurz erwähnen. Wir haben einen neuen Trainer und alle Witze zum Namen und Herkunft sind gemacht worden, die muss keiner mehr machen. Marvin hat es gesagt. Aber weißt du, was gut ist? Weißt du, was gut ist? Adi Hütte hat internationale Erfahrungen, der hat schon Europa Cup gespielt. Und der hat Dennis Zaccaria entwickelt, also das kann auch nicht falsch sein. Grüße. Aber wie gesagt, dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Marvin hat es schon angeteasert. Wir machen noch mal eine Saisonabschlussfolge. Und da werden wir uns ganz intensiv mit all diesen Themen beschäftigen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen für runterkommen. Da kommt ja auch noch immens viel. Aber ja, genau. Ja, aber so ein Päuschen brauchen wir dann auch irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Da ist Energiemangel, würde ich jetzt mal freundlich umschreiben. Und was definitiv keinen Energiemangel hat, sind unsere Dummschwätzer der Woche. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Ich muss dir jetzt gerade wieder an das Bild auf der Videolandwand denken, wo sie Hoeneß und Rummenigge gezeigt haben nach dem Abpfiff, wo sie beide so total miese prädrig da gesessen haben. Das ist auch ein Bild, was ich mir 300 Mal anschauen kann. Wie geil es ist, dass die Eintracht endlich mal für positive Meme sorgt. Genau, so, Dummschwätzer der Woche. Wir müssen erst mal den Sieger der letzten Woche küren. Und da hat gewonnen mit 37,3 Prozent Pit Gottschalk, der sich ja im Doppelpasse wunderbar ausgezeichnet hat mit dieser Aussage, dass man viel zu nachsichtig mit den BVB-Spielern nach dem Armstack umgegangen ist. Der Typ ist, ich glaube, der hört einen Eintracht-Podcast, der will, glaube ich, der Nachwuchs-Rummenigge werden. Der tut sich in letzter Zeit sehr, sehr oft davor, finde ich. Ja, auch heute. Auch mit seinen Replies. Also der antwortet auch auf jede Scheiße, die ihm irgendwie in die Timeline gespielt wird. Okay. Hat er auf Alex, Axel, geantwortet das? Der hatte, also ich habe letztens, hatte der, glaube ich, verschiedenste Antworten, wo Leute gesagt haben, also der hatte, glaube ich, den Tweet auch noch, wenn ich jetzt seine Nominierung verstärken soll, hat er, was hat er geschrieben, Ultras sind für ihn die Verlierer der Saison? Ja, genau. Also, was soll ich dazu sagen? Was soll man für so eine Allgemeinung auch sagen? Also Ultras sind die Verlierer der Saison? Also was soll ich mir das sagen? Okay, cool. Grüße. Als wenn, ach, keine Ahnung, egal. Gut, dann haben wir wieder eine ganze Menge an Nominierten und im Zuge dessen, dass Frau Alex dann gleich weg muss, darf sie ihre Nominierung gleich hier als erstes mal vortragen, dann machen wir danach die ganzen Hörernominierungen. Ja, auch wenn, auch wenn ihr alles sagt, man sollte lächelnd über die Reaktionen der Bayern hinwegsehen, Thomas Müller kriegt von mir auf jeden Fall für sein grandioses Interview eine Nominierung für den Dummschwätzer der Woche. René, hast du das als Einspieler? Nee, ich hab's leider nicht als Einspieler, das kam zu kurz vor der Sendung. Er wurde gefragt, ob die Eintracht jetzt der verdiente Sieger ist des DFB-Pokals. Er hat daraufhin hat er nur geantwortet, die Frage hätte er mir jetzt nicht stellen müssen. Das muss ich sagen, aus meinem Körper ist viel Hass rausgeflossen, auch bei ihm hält's noch an. Das ist die beste Umschreibung ever. Gut, dann gucken wir noch mal, was die Hörer uns geschickt haben. Übrigens ganz großartig, was wir jetzt so an Feedback alles im Vorfeld der Sendung oder auch nach dem Pokalspiel bekommen haben. Wir haben, glaube ich, drei oder vier ewig lange E-Mails bekommen. Die E-Mails vom Stefan haben ja mittlerweile schon einen Kultstatus, die kommen ja jede Woche. Was mich sehr, sehr berührt hat und ich glaube euch auch, war die E-Mail von Simon aus den USA, der uns geschrieben hat, dass er nach unseren oder nach euren Schilderungen, ich war ja letztes Jahr auch nicht dabei, vom Pokalfieler letztes Jahr, dieses Jahr unbedingt dabei sein wollte und alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, damit er da sein konnte und nur mit wegen uns diesen geilen Fußballabend erlebt hat. Also das hat mich schon sehr berührt. Und in diesen ganzen Mails, die wir bekommen haben, waren auch ganz viele Nominierungen für den Dummschwätzer der Woche drin. Ganz vorneweg war die Nominierung von Fabian, der Franzi van Almsig nominiert, die sich wo auch anders als in einem wunderbaren Bildartikel natürlich auch zu dem Thema äußern muss, dass es ja fürchterlich ist, dass Fußballfans über den Herrn Hopp herziehen. Das ist ja ganz fürchterlich. Also ich würde mich dann auch dementsprechend mal irgendwann zur Schwimm- Weltmeisterschaft negativ äußern, denn da bin ich übrigens auch sehr großer Fachmann. Also wer fragt denn diese Leute da auch immer? Also zu mir kommt doch auch niemand und fragt mich jetzt darüber aus, wie ich finde, dass der Ford-Mechaniker da hinten sein Auto repariert hat. Was soll denn das? Also. Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist sehr dubios. Das ist ziemlich absurd. Basti ist rausgeflogen, hast du gesehen, ne? Ne, hab ich nicht gesehen. Muss ich mal. Was ich immer alles hier muss, das ist fürchterlich. Vor allem muss ich schneiden, den ganzen Kram. Ja, wird sehr lustig. Hättest du es gleich beim ersten Mal richtig gemacht. Du bist mal ruhig, du hast ja momentan sowieso nur Aufenthaltsgenehmigung. Fies, ey. Ja. So, mal gucken, ob das jetzt wieder klappt. Ist er da? Ne, noch nicht. Muss ich erst mal raussuchen, wo anrufen. Bruder, spiel der Leitung lang. Es klingelt. Ding, ding, ding. Der geht ja auch nicht an die Tür, wenn er ans Telefon geht. Das klingelt auch wieder. Das ist fürchterlich. Frau Alex steigt hier gleich ein und Marvin macht hier die Warteschleifmusik. Ja, so muss es sein. Alex, wo hin gehst du jetzt? Solo. Was ist das? A Star Wars Story. Also, die Verfilmung von Han Solo. Das Prequel quasi. Das was? Ja, das was halt davor war, die Entstehungsgeschichte. Und das hast du Prequel genannt? Ja. Die siebste Sprache ist unfassbar. Das ist halt normal. Ganz normal Ausdruck eigentlich, ne? Null. So, Basti muss neu starten, das dauert sonst jetzt. Dann machen wir jetzt den Rest ohne den Herrn Basti. Erstmal hier weiter, bis er sich wieder meldet. So, ähm, weitere Nominierung von unserem Hörer oder Hörerin, äh, alias Ass, und zwar Uli Hoeneß. Ach komm, wie kommt denn der da rein? Das ist ganz überraschend für den wunderbaren Satz. Wir haben Nico ausgesucht, weil er wie Jupp das familiäre und menschliche hat. Das ist wichtiger, als wenn uns einer erklären kann, was eine falsche Neun oder eine flache Raute ist. Ja, großartig. Vielleicht, braucht ihr auch jemanden, der euch das mal erklärt. Wir wissen es nicht. Okay. Dann haben wir den nächsten, den nächsten Nominierten. Es ist eine Mehrfachnominierung oder eine mehrere Nominierung, und zwar von dem Hörer Bambilguy, der sich, äh, beschwert oder sagt, dass all die Twitter-Nasen, die die ganze Zeit über diese drei Cabrio-Fans am Haten waren, doch bitte mal ruhig sein sollen und chillen. Da muss es wohl einiges an Tweets gegeben haben, weil die sich dahinter... Da ging es um die Fahrt vom Flughafen zum Römer und als sie in die Stadt reingefahren sind, hatten sich drei Fans hinten auf das, auf das Cabrio, auf dem, äh, Bobic, Kovac und Hübner mit dem Pokal saßen, mit draufgesetzt und haben halt Selfies gemacht und sind dann noch ein Stück mitgefahren. Also ist jetzt auch nicht der Rede wert, kann man machen. Ich glaube, das war brutal gefährlich, die hätten bewahrt sein können. Ja, ja, natürlich. Muss man mit rechnen. Wahrscheinlich hat das Auto auch eingezündet. Ein paar, die sich da irgendwie beschwert haben. Ja, du, angezündet, das ist ja gar nicht, äh, gar nicht so unwahrscheinlich. Habt ihr das, äh, kleiner, äh, kleine Side-Story, habt ihr die Geschichte mit den, mit den Belgrad-Fans mitgekriegt? In dem Bus, oder? Genau, die die Meisterschaft irgendwie in diesem offenen Doppeldecker-Bus fahren wollten und dann aus Versehen den Bus in Brand gesteckt haben. Kann, kann mal passieren. Ja? Ist schwierig. It's complicated. Ist auch übrigens ganz normaler Ausdruck, Alex, ne? Dann, äh, Hörernominierung von unserem, ähm, Hörer at79-th- in reellem Namen Timo, der mir übrigens die Karte für das Pokalspiel besorgt hat. Ein großartiger. Vielen, vielen Dank. Ein sehr, sehr großartiger Mensch. Er kriegt, äh, zu Weihnachten definitiv eine Karte. Ähm, weiterhin auch, äh, nominiert von, oder wer auch die Nominierung eingereicht hat, ist unser Eintracht, Emma und, äh, das Metal-Krümel. Muss ich Basti gleich nochmal anrufen, aber erstmal machen wir das zu Ende. Und zwar wird nominiert Sky und zwar in der Kombination Kai Dietmann, Jessica Kastrop und Lothar Matthäus, die von brennenden Autoreifen und Fan-Anarchie sprechen. Ganz großartig. Das war diese Geschichte. Ihr habt es schon, ne? Ja, ja, ja. Da haben wir ja schon im Ansatz drüber gesprochen, aber die ganze Art und Weise, wie hier Dinge kommuniziert werden, ist doch sehr bedenklich. Also da, da fehlen mir leider auch, da muss ich sagen, fehlen mir auch die Worte, dass, dass Kai Dietmann, den ich eigentlich als nicht komplett bescheuert, äh, halten würde, ähm, gut, Jessica Kastrop, denke ich eigentlich auch nicht. Äh, gut, bei Lothar Matthäus. Sie saß halt neben Lothar Matthäus, also vielleicht ist da irgendwie... Ja, aber, ja, aber weißt du, Leute, warum kommt ihr nicht mal runter? Warum fahrt ihr nicht mal eine Stufe zurück von euren populistischen Rotz und fahrt mal, geht euch, setzt euch doch mal rein, schaut mal ein bisschen vorbei. Natürlich sind da breitklötzige Viecher dabei, die jetzt nicht so mega sympathisch aussehen und dir jetzt vielleicht, vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Butterbrot schmieren wollen. Aber Dinge immer vorauszusetzen, von denen es keine Anhaltspunkte gibt, da muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen, also da fehlt mir nicht nur das Feingefühl, also da fehlt mir überhaupt natürlich auch die journalistische Notwendigkeit, beziehungsweise Ernsthaftigkeit, weil untermauern können sie die Thesen nicht und ehrlich gesagt bin ich einfach nur mega enttäuscht, dass diese Narrative immer wieder gesponnen werden ohne Anhaltspunkte. Keine Ahnung, wenn Sky irgendwann mal pleite geht, bin ich auch nicht traurig drum, wenn es dann die Deppen nicht mehr gibt. Ganz ehrlich muss ich echt sagen, bei allem Respekt, ich finde, Sky macht viel coole Sachen, hat coole Moderatoren, zum großen Teil, aber wenn du so eine Scheiße laberst, hast du irgendwo dein Recht, auch ein bisschen verwirkt, für der Fußball Geld zu verdienen, weil immer nur auf populistischem Niveau Dinge zu erzählen, nur damit du irgendwie für Aufregung sorgst, das fällt mir in vielerlei Hinsicht bei Sky negativ auf, wenn ich diesen schwachsinnigen Twitter-Händel mir anschaue, den kann ich sowieso mir nicht angucken, wo jeder Mist mit geclickbaitet wird. Ja, ihr Leute, seid auch die Letzten, ey, ne? Es ist echt unerträglich, also dieses direkt nach dem Spiel, dass sie überhaupt gar nicht über diese positive Emotionen berichten können, sondern sofort so tun, als wenn dort ein Attentat verübt worden wäre und das wird jetzt alles überschattet und da liegen blutende Leute auf dem Boden oder sonst irgendwas. Da ist überhaupt nichts passiert, nichts. Da ist gar nichts passiert und die dramatisieren das auf eine Weise, die mich auch echt anguckt. Die gefährlich ist. Die ist auch gefährlich, weil irgendwelche Leute das auch glauben. Genau. Man denkt, da sind marodierende Horden in dem Stadion, die irgendwelche Ordner zusammenschlangen, Scheißdreck. Selbst die Ordner haben das verstanden, dass die da in dem Moment da rumrennen mussten. Meine Güte, selbst die Polizei hat das scheinbar verstanden, weil die gar nicht so rabiat eingegriffen ist, sondern einfach nur hingegangen ist und sagt, ey Leute, macht langsam. Es hat sich alles aufgelöst. Es war alles in Ordnung. Kovac hat mit denen geredet. Der Prinz hat die umarmt. Gacinovic sah auch nicht so aus, als wenn es ihn gestört hätte. Im Gegenteil. Also Leute, da muss man auch aufpassen, dass man nicht das Maß verliert, für wenn dann mal wirklich was passiert. Also es ist einfach so. Und was da, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, bei den Reportern und der in der ARD der Typ, der war auch so, als auf dem Römer, der ist ja völlig ausgeflippt. Das ist ja, das ist ja, das ist ja Pyrotechnik und einige wenige gefährden hier an, meine Güte, Leute. Ich habe manchmal das Gefühl, die Reporter wollen sich selber irgendwie nur retten, indem sie dann durch solche Aussagen zeigen, dass sie ja auch auf jeden Fall dagegen sind. Also das ist einfach eine Selbstdarstellung in dem Moment eigentlich auch. Ständig, wenn Kai Dittmann mir ständig erzählen muss, wie schlimm das für ihn ist und jetzt kommt zum vierten Mal die Durchsage. Ganz ehrlich, welcher Stadionsprecher hat, ich weiß, wahrscheinlich müssen die das machen, aber ich würde mal allgemein die Frage gerne stellen, wer denkt denn, dass sie, wenn jetzt irgendein Fan eine Pyrofackel in der Hand hat und der Stadionsprecher sagt, liebe Fans, hören Sie bitte damit auf, hier sind Kinder und Familien, der dann sagt, ach so, stimmt, die ist verständlich. Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Die lösche ich jetzt. Kann ich mal kurz ausmachen? Danke, dass Sie mir das nochmal schnell gesagt haben, ich jetzt fast vergesse. Vielen Dank für die Durchsage und für die Erinnerung. Also das ist, Leute, und dann der Reporter muss mir das auch 30 Mal sagen, ja, hier sind doch Kinder. Ist da ein Kind erstickt oder was? Nein! Und wenn ich einen dreijährigen Sohn mit ins Stadion nehme, dann gehe ich auch nicht ganz unten an den Zaun mit dem. Also dann setze ich mich ein bisschen weiter höher. Das ist doch in Ordnung. Und wenn der Sohn dann irgendwann mal fehlt, 15 ist, kann er selber unten eine zündeln. Aber es ist doch einfach, es ist doch einfach, ich weiß nicht, klar ist das gefährlich. Klar gab es da auch schon Sachen, die nicht so gut waren. Und das ist auch was, wenn was aufs Feld fliegt, finde ich das auch scheiße. Das ist trotzdem. Das riech genau so. Und das ist einfach so, aber wirklich, also ich weiß nicht, das ist natürlich nicht ungefährlich, aber wenn ich das in die Relation setze, zu gewissen anderen Dingen, rechtfertigt es diese Dramatisierung auf gar keinen Fall, zumal, und das muss man wieder sagen, das war letztes Jahr, haben wir den Dennis hier in der Sendung gefeiert, dass er eine komplette Flasche Jägermeister, nicht eine kleine, eine Ein-Liter-Flasche im Stadion dabei hatte. Ja, stimmt. Ich hätte auch dieses Jahr komplett wieder mein Wohnmobil damit reinnehmen können. Ich wollte gerade sagen, also mal ganz ehrlich, diese Zugangskontrollen, die die gemacht haben, da hatte ich mehr Schiss, weil das einfach so fürchterlich scheiße eng war und die das nicht unter Kontrolle gekriegt haben und wenn ich dann sehe, dass ich, ich hatte in meiner Tasche jede Menge Kleingram in den Taschen, die ich vergessen hatte, rauszunehmen, der hat das noch nicht mal abgetastet, das hat den einen scheiß interessiert. Also, genau das ist es. Genau das ist es. Brauchst dich auch nicht zu wundern. René, du sagst es vollkommen richtig. Wie gesagt, erneut waren die Kontrollen erbärmlich. Ich denke, das kann man schon so sagen. Ich habe eine Stunde, wie gesagt, eine Stunde gewartet. Ich hatte es ja vorhin schon mal letztens gesagt. Ich habe ja hinter euch gestanden. Ich habe eine Stunde da gestanden und auf einmal drehe ich mich rum und hinter mir ist keiner mehr. Ich habe eine Stunde gestanden und war auf einmal der Letzte in der Reihe. Ja. Hast du dir aber auch eine schöne Schlange ausgesucht, ne? Das ist wie an der Kasse, sucht sich immer die falsche aus. Ja, wahrscheinlich. Ich bin dem Marvin nachgelaufen, und er ist schuld. Ja, genau. Aber weißt du, aber ganz ehrlich, wir mussten halt, wir mussten ja hochklettern. Wir mussten hochklettern, damit wir zu dieser Einlasskontrolle überhaupt kamen, weil die das so beschissen verengt haben. Ja, tut mir leid. Aber dann warst du dann dort und dann hat dich niemand wirklich kontrolliert. Da hättest du auch wieder was mitnehmen können. Aber dann, der DFB möge bitte noch ein bisschen seine Fresse aufreißen und so Sachen sagen, wie die Vereine, die müssen sich mal besser in den Griff kriegen. Da muss man mal die Vereine in die Pflicht nehmen, die Kontrollen mal verschärfen. Also bitte mehr solche Aussagen noch. Ja. Es ist zu plätzen, diese Diskussion, weil diese Dramatisierung auch die Fronten verhärtet, die dann verhindern, dass man vielleicht ein gewisses Stück aufeinander zugeht. Das geht ja gar nicht mehr. Bestraft der DFB sich jetzt eigentlich selbst? Ja, würde ich mich auch fragen, weil das ist ja quasi den hier hoher. Das ist seine Veranstaltung. Das ist der Veranstaltung. Also mit welchem Grund kriegt denn die Eintracht ansonsten eine Strafe, wenn der Gegner bei uns im Stadion zündelt? Das ist eine DFB-Veranstaltung. Ja, genau. Und das ist auch genau das, was ich sage. Und der Marvin hat es glaube ich auch vor den letzten Wochen schon mal gesagt. Das ist auch nicht so, als wenn das die allerhonorigsten Herren dort wären, wie wir in der Vergangenheit rausgefunden haben. Also das ist trotzdem immer, man muss da mal immer ein bisschen bei all diesen Diskussionen die Kirche im Dorf lassen. Man kann das ja kritisieren. Mich kann ja auch einer zu mir kommen und sagen, ich finde es nicht gut. Ich vertrage das nicht. Ich kriege da keine Luft oder so. Alles gut. Aber so zu tun, als wenn dort live Babys erstochen worden, da fehlen mir die Worte einfach. Und das hat mir zumindest die Erste, weil bei der Zweiten wusste ich es, aber zum ersten Mal habe ich gedacht, geil, ich lege mich jetzt hier fett auf meine Couch, mit meinem fetten Arsch, stell mir eine Pizza, schaue mir das jetzt hier acht Millionen Mal noch an. Das hat es mir ein bisschen kaputt gemacht, weil ich plötzlich, ich bin irgendwann von der Couch aufgestanden, ich war echt sauer. Ich war wirklich sauer und habe hier rumgeschrien, weil als Kai Dittmann zum neunhundertsten Mal auch diese Debatte mit Gündogan da reinbringen wollte, das hier ist die Eintragspiel und gewinnt gerade. Was? Was, der hat Gündogan mit reingebracht? Ja, weil Steinmeier jedes Mal, wenn der Krimi gezeigt wurde. Da war Steinmeier im Bild und dann hat er mir zum fünftigsten Mal erzählt, dass die beiden ihren Urlaub unterbrochen haben, um diese Erdoganscheiße aufzulösen. Diskutier bitte mit deiner Mutter darüber, Kai Dittmann nicht, wenn die Eintrag gerade den Pokal holt. Was ist denn los, Alter? Total wahnsinnig. Und das, immer diese dramatisierte, das ist schlimm und jetzt wird hier auch noch gezündelt. Am besten hätte der ja gesagt, wir müssen die Übertragung hier abbrechen, weil er das nicht mehr erträgt. Also bitte, das kann nicht wahr sein, weil das macht mir das ein bisschen kaputt. Ich hoffe, dass das beim, ich weiß nicht, lief das auf der ARD oder ZDF mit Tom Bartels? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt's da, vielleicht finde ich da auch irgendeinen Link von der Mediathek, wo man sich da auch mal das ganze Spiel real life anschauen kann. Vielleicht ist es da besser, weil bis auf hier der Hopemaster, Philipp Hofmeister, hab ich jetzt noch keinen geilen Originalkommentar gefunden, der mich recht echt flasht. Weil bei Kai Dittmann hast du in der Stimme schon gemerkt, dass es ihm ja fast gar nicht passt, was da passiert, weil das für ihn auch noch ein klarer Elfmeter war. Also kann man echt nur sagen, hört euch lieber den Radiokommentar an. Es ist sowieso eine ganz geile Angelegenheit. Ihr könnt euch hier das Spiel angucken und startet zeitgleich den Radiokommentar von Philipp Hofmeister und dann macht das Ganze hier noch einigermaßen oder beziehungsweise noch viel mehr Spaß, weil ganz ehrlich, also dieser Kommentar, das wusste ich gar nicht, das habe ich erst durch euch mitbekommen, aber wenn Dittmann und selbst hier die Sky-Leute da so ausgetickt sind, dann ist das ja, naja, soll ich sagen. Also scheint es in der ARD-Mediathek oder so nicht zu geben. Ich glaube, die haben auch keine Lizenzen dafür, den Internetgramm da zu zeigen. Ist ja auch wurscht. So, Frau Alex muss uns jetzt leider verlassen. Jawohl, ja. Die hat noch einen wichtigen Anschlusstermin. Es war uns ein Fest und wir arbeiten dran, dass Frau Alex auch für die Saisonabschlussfolge wieder eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. I wish you would. Alles klar. Ciao. So, der nächste Nominierte passt wunderbar in das, was Basti gerade eben ausgeführt hat und zwar nominiert von unserem Hörer Ed Fahler festhalten, DFB-Präsident Grindel und zwar für die Aussage oder den Text, den er wohl gebracht hat auf der auf der auf dem Parkett danach dass die Eintracht doch bitte wie ist hier so schön geschrieben worden er hat der Eintracht ins Gewissen geredet sie möge doch bitte den deutschen Fußball würdig vertreten. Er hat ja schon Angst dass hier Gewaltbilder hier Pyrogant wieder gezeigt werden aber der hat keine Angst davor wenn fünf Hoffenheimer irgendwo hinfahren und drei Leipziger das interessiert den nicht würdig vertreten. ganz ehrlich wenn er nee dann soll er das intern machen was soll das was soll das bitte ja es ist immer diese Pseudoreinwaschung seiner selbst und gleichzeitig das Anklagen von anderen Leuten er hätte ja mal mit seinem Kapufta mal versorgen können dass ein klares Statement in Russland gesetzt wird man hätte ja theoretisch auch mal drüber nachdenken können mit Regenbogenfarben Trikots irgendwie aufzutreten in Russland hätte man alles machen können ist alles nicht passiert da machen wir uns nicht verrückt wenn da vielleicht irgendwie wenn es da Probleme mit Homosexuellen gibt wenn Andersdenkende unterdrückt werden oder so da fahren wir schön zur Fußball-Weltmeisterschaft ist alles kein Drama aber im eigenen Land Fans die natürlich Ecken und Kanten und auch ein paar Probleme bereiten ist doch ganz klar aber man kann nicht alle über einen Kamm scheren aber da wird das dann skandalisiert aber selber weil man ja irgendwie auch ein bisschen Angst um die ganzen Einnahmen hat die man dann irgendwie bekommt und vielleicht will man ja auch mal wieder die Europameisterschaft ausrichten und eine Hand wäscht die andere und so ne geh mir weg labbe mich nicht voll mit so einer Scheiße du bist doch echt der Letzte der ganze DFB-Haufen ist wirklich der Letzte der irgendwas sagen kann klärt die Dinge die in den letzten Jahren so ein bisschen ans Tageslicht gekommen sind klärt die schonungslos auf und dann können wir drüber reden ob ihr nochmal zu einer moralischen Instanz werden wollt oder werden könnt aber nicht wenn ihr dauerhaft so viel eigenen Dreck am Stecken habt Leute 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 meine Güte also diese Aussagen also naja in der Stunde des größten Triumphes also was soll das denn weißt du also keine Ahnung ey wenn der Mario jetzt ein Lotto gewinnt und sagt pass ich ich hab drei Millionen Euro gewonnen drei Millionen Euro gewonnen und das erste was ich zu ihm sage aber gib mich alles also weißt du kann ich mich auch erstmal kurz freuen oder nicht Alter das sind diese Leute die immer ständig was Negatives sagen müssen egal wie gut es ist also ja so irgendwie keine Ahnung ich geh dir ein Eis kaufen hier aber das sind ja nur zwei Bildchen ja mein Gott Alter geil ich hab fünf Kilo abgenommen aber da fehlen noch 20 es ist doch so es ist doch genau das ein bisschen ein bisschen zu denken oh vielleicht ist es aber auch ganz cool dass diese internationale Mannschaft die diese internationale Geschichte erzählt die sich als einziger gegen die AfD gestellt hat das ist vielleicht ganz gut wenn ausgerechnet diese Mannschaft die Eintracht in Europa präsentiert aber nee das fällt ihm natürlich nett ein es ist halt auch du weißt ja wo der Pappenheimer herkommt insofern brauchen wir uns da eh ach der soll kacken gehen egal ciao so die Nominierung von Frau Alex hatten wir schon und dann haben wir noch eine Zweitnominierung und zwar aber diesmal für ein anderes Thema nämlich wieder Lothar Matthäus diesmal alleine nominiert von unserem Hörer Adminio Business und zwar für die wunderbare Aussage die er dann auf Sky Online glaube ich in seiner Kolumne beschrieben hat dass die Entscheidung von zwei ja natürlich eine klare Fehlentscheidung ist und dass sowas unverzeihbar ist wo ich mich auch frage warum muss er sich jetzt dazu schon wieder äußern aber wer hat sich geäußert Lothar Matthäus natürlich ach komm ganz ehrlich Lothar Matthäus ja okay alles klar es ist Lothar Matthäus es ist genau es ist Lothar Matthäus das ist glaube ich der einzige Grund aber ansonsten hätte man es auch nicht gebraucht genau habt ihr denn noch Dummschwätzer die ihr nominieren wollen würdet ich habe keinen es ist kein wirklicher Dummschwätzer aber so eine so eine Bodenlosigkeit und zwar kann ich eigentlich nur den Bundesliga den englischen Bundesliga Account ich habe mich nicht getraut es mir auf jeden anzugucken nach diesem komischen Talente Video was sie da letztens gebracht haben warte mal ich kann wenn du willst kann ich ihn mal anmachen warte mal die haben wir eben schon wieder das gepostet was ist das denn oh Gott also ich muss jetzt leider abbrechen also was die Bundesliga sich dabei denkt nur beim Zuhören verursacht das bei mir da schon Schmerzen also das ist so geil also ich weiß nicht oh Gott oh Gott also das ist für mich so eine fehlgeschlagen Aktion aber gut soll jeder entscheiden ja äh englische Bundesliga Twitter zumindest also nee also Instagram eigentlich ich weiß nicht ob die auch was anderes machen also bei Twitter habe ich jetzt noch nicht verfolgt aber bei bei Instagram ist das ganz bitter okay ja auf dem auf dem Twitter Account hatten sie doch wann war das letzte Woche oder vorletzte Woche dieses Talente Video wo wir uns auch so fürchterlich drüber aufgeregt haben das war ja auch sehr schmerzhaft ich verdränge schnell ich verdränge schnell ja ist bei den Dingen auch besser sonst das gibt Folgeschäden äh im Chat haben sie übrigens rausgefunden es gibt natürlich eine Aufzeichnung ähm von ARD zum Pokalspiel und zwar haben die das parallel ja auf YouTube gestreamt und haben äh YouTuber das Spiel kommentieren lassen und da hat man natürlich das ganze Spiel in voller Länge ja aber da muss ich mir den Schmutz anhören den diese YouTuber sagen oder was ja aber irgendwas ist halt immer Basti ich will das ganz normal sehen wie das ein normaler Kommentator kommentiert mit Originalkommentaren damit ich Gänsehaut kriegen kann und nicht mir einer erzählt dass da alles so schlimm ist oder irgendein YouTuber der dann irgendwelche fancy Wörter benutzt das gebe es aber auch heute nicht mehr so ich nominiere noch alle Leute die sich mehr als ein T-Shirt genommen haben was dazu geführt hat dass ich erneut das zweite Jahr hintereinander nicht dieses T-Shirt hab was so auf diesen Sitzen lag keine Grüße als einer zwei T-Shirts hat soll er sich bei mir melden ich hab schon wieder keins naja da muss ich ja sagen nochmal Grüße an Timo ich hab Full Service bei ihm gebucht ich hab das Ticket bekommen er hat ein Hotelzimmer organisiert und er hat freundlicherweise das T-Shirt für mich eingesteckt weil ich es ja nicht rechtzeitig in den Blog geschafft haben wegen dieser wunderbaren Einlasskontrolle also ich bin safe womit hast du das nur verdient weil ich ein lieber netter Mensch bin Marvin na ok gut alle Nominierten ähm gibt's natürlich wieder im Blog in den Shownotes zur aktuellen Folge fleißig abstimmen und wer ein T-Shirt für Basti hat melden hinschicken gibt Grüße zurück ja ansonsten haben wir noch ein paar Empfehlungen oh ja die müssen wir noch fertig machen und dann äh haben wir es auch geschafft ich habe mehrere hier in der Liste stehen wir können ja mal abgleichen was ihr vielleicht auch habt ich hab erstmal den Zeit Online Artikel mit dem Titel das perfekte Tor wo einfach nur diese dieser Gacinovic Lauf äh beschrieben wird fand ich einen ganz ganz großartigen Artikel sollte man auf jeden Fall lesen und direkt hinten dran den 11 Freunde Artikel warum der Eintracht Sieg so schön war das war der den hab ich gelesen und da hab ich echt fies Tränen in den Augen gehabt also da ging fast nichts mehr das ist ein bisschen Magie also ich muss sagen es ist ja nicht immer so dass es Menschen schaffen äh was auch wirklich schwierig ist mit ähm geschriebenen Zeilen ähm Gefühl auszulösen aber das hat er wirklich herausragend geschafft und ich denke er gibt genau und natürlich auch aus eigener Betroffenheit das wieder was sich so viele Eintracht-Fans in den letzten Jahren ähm gedacht haben aber auch mitgegangen sind das ist wunderbar und ja ein kleines ähm Schriftstück Meisterwerk muss ja auch keiner lesen der Bayern-Fan ist oder so aber für Eintracht-Fans ist es ist es ein wunderschönes Stück und ich denke auch die Eintracht hat es ja offiziell geteilt schon zurecht Ja das definitiv Dann hatte Marvin vorhin noch was angekündigt das sollte ich schon mal aufschreiben er darf es aber jetzt ja selbst erwähnen Ja ähm ich kann nur empfehlen am Samstag um 19 Uhr im Hessen-Fernsehen reinzuschauen da haben die lieben Kollegen was gemacht beziehungsweise sind aktuell gerade dabei und äh Joshua Bartlitz und Olli Mayer und die blicken volle 30 Minuten zurück auf den Pokal Samstag was uns da erwartet hat was uns beziehungsweise was wir erlebt haben volle Packung Emotionen ich denke da dürfte das ein oder andere Taschentuch noch ein bisschen feucht werden ja also Samstag 19 Uhr hessischen Rundfunk einschalten hr-Fernsehen und ich nehme an es wird auch danach dann in der Mediathek zu sehen sein genau wer nicht bis Samstag warten kann und den Gesangsauftritt von Basti am Sonntag auf der Zeit verpasst hat der konnte ihn heute im Laufe des Tages bei RTL Hessen sehen auch das werden wir nochmal verlinken ich habe es mir noch nicht angeschaut von daher keine Spoiler an der Stelle anschauen ist Pflicht und genauso anschauen ist auch Pflicht fand ich das war glaube ich auch ich habe es gesehen auf dem Twitter Account vom HR das Video zur Bierdusche was jetzt nicht von vorne war also sie haben ja quasi bei der PK von vorne immer gefilmt und die hessenschau stand so ein bisschen an der Seite und das besondere Highlight an der Stelle fand ich wie Abraham sich die Flasche vom Tisch nimmt und die einfach mal ganz locker an diesem Pressetisch einfach mal das hat er nicht zum ersten Mal gemacht nein aber da ist es mir besonders aufgefallen ich meinte ich meinte das hat er nicht zum ersten Mal gemacht konnte man daraus sehen also das war sehr sehr routiniert vor allem mit einer Hand weil in der anderen Hand hat er ja hier irgendwie das Handy um hier Insta zu machen sah sehr großartig aus ja es gibt so viele Videos ich kann auch ich weiß nicht ob ich es jetzt noch finde aber ich weiß habt ihr das gesehen bei Freunde die haben die sieben besten Videos von dem Gacinovic Tor zusammengestellt die kann man sich auch alle sieben anschauen das ist auch das ist aus allen Perspektiven und es wird auch irgendwie nicht langweilig weil du dann immer was Neues entdeckst wie Leute da rumfallen und rumspringen wie eine ganze Kurve es stand ja auch in meinem Freund Artikel während diesem Lauf einfach verschmilzt also so die Leute haben sich alle angefasst und wussten okay gleich passiert es das ist ja trotzdem nochmal was an dieses Tor schreibt ja nochmal eine ganz andere Geschichte weil das kein stunning shocking Bombshell Moment ist sondern das ist ja der baut sich ja auf also der passiert nicht in dem Moment wo du denkst bam Kopfballtor sondern das baut sich auf das hat einen riesigen das kannst du besser gar nicht erzählen und eine Eruption wie so ein Vulkan halt das ist halt ich meine es findet sein Ende in der Eruption ausgelöst durch das Tor durch die Fans die dann das Stadion auch die Mannschaft die Mannschaft dort mitrennt an der Seite die komplette legendäre die dir mit ins Tor laufen quasi das ist einfach ja wir haben sie so schön in dem einen Artikel geschrieben der hessische Forrest Gump ja war eine schöne Umschreibung gut also Basti empfiehlt noch den Elffreunde Artikel mit den sieben Videos zum Garcinovic Tor wir könnten es auch die sieben Köstlichkeiten nennen nur für diejenigen die jetzt irgendwie an der Stelle Hunger haben sollten reicht vielleicht mal so für ein Elffreunde Abo für diejenigen die das noch nicht haben nur mal so als kleinen Hinweis weil nur so kann sowas weiterlaufen richtig gibt es glaube ich ja auch als E-Paper genau heißt Dauerkarte gibt es als E-Paper und ansonsten wie wir am Freitag hier wieder gesehen haben so Elffreunde Festivitäten sind auch immer wunderbar genau Grüße Grüße an all die Grüße an den Frank der mich noch ertragen hat die ganze Zeit die wir da getroffen haben genau und Grüße an Tilo und an Jochen Rabe der es geschafft hat bis halb sieben mit mir rumzusitzen draußen hervorragend naja ich habe noch eine kleine Prä-Empfehlung weil ist noch nicht da aber will ich jetzt vorsorglich schon mal empfehlen und zwar ist bald wieder Rasenfunk Royale Zeit und wie wir gehört haben sind da zwei ganz großartige Menschen für die Eintracht mit dabei also den Eintracht Teil den müsst ihr ja jetzt ja so oder so hören auf jeden Fall führt kein Weg dran vorbei und ich könnte mir vorstellen dass auch zu den anderen Vereinen das wieder ganz großartig wird dass der Max da wieder ordentlich abliefern wird er ist fleißig am Aufnehmen das kann noch ein bisschen dauern er ist da dabei eigentlich die beiden unsere beiden Liebsten und zwar die Pia und der Bewe auf jeden Fall da werden auch mal hören auch mal Fans nicht immer unser Gesappel sondern kommen mal zwei andere die man ja sonst nicht so oft hört wenn man nicht gerade auf der Waldtribüne ist insofern ist das noch richtig eine geile Angelegenheit werden mit Mikros ausgestattet ich glaube der Dachs läuft da und dann hast du hast du auf jeden Fall Bewe und Pia wie sie glaube ich auch ganz markant und ganz viel über ihr Pokal in der Pflege erzählen ich denke das wird auch David ja im Vordergrund stehen Grüße bitte ich bin sehr enttäuscht dass die Pia und ich nicht bei dem offiziellen vom DFB ausgerufenen Hashtag Gewinnspiel Pokals das ist eine große Frechheit keine Grüße an den DFB ja der kriegt oder so momentan keine Grüße von uns aber jetzt erst recht nicht also das ist also das ist die größte Frechheit vom Ganzen ja ich glaube damit haben wir es geschafft und damit ist auch die Energie bei uns raus wir können noch so einen kleinen Teaser machen wenn alles gut läuft dann nehmen wir Richtung Ende der Woche eine Saison Rückschau auf da wird es keinen Livestream zu geben aber ich werde mich dran setzen dass die dann relativ schnell auch online geht ich will jetzt schon mal dein scheiß Datenvolumen verbrauchen für uns nein ich will jetzt noch nicht zu viel anteasern weil erstmal muss das Ding auch aufgenommen werden aber wenn das alles so kommt wie wir das planen dann wird das bestimmt großartig und könnte epische Längen erreichen und mal gucken was uns sonst noch so alles einfällt Basti hatte vorhin gesagt er will am 31. mit seinen Kumpels auf der Couch sitzen und Flüge buchen ich dachte vielleicht an so einen Live-Podcast zur Auslosung aber wir schauen mal erst das eine dann das andere also vielleicht die Auslosung und dann machen wir so einen Late-Night-Podcast oder so irgendwas in der Richtung bei uns auf jeden Fall erst mal buchen ja weil das ist natürlich ihr kennt das ist halt auch geil das ist halt genau das Ding wenn wir jetzt von Europa reden weißt du wie viele Leute die dann parallel an ihren scheiß Rechnern sitzen werden alle 10x5 drücken und dann schauen welcher Flug nach was weiß ich Heraklion am günstigsten ist ja und dann alle buchen dann dauert es 10 Minuten dann ist der Flugpreis in die Höhe gestellt und wir machen uns alle Gedanken scheiß was machen wir jetzt und dann gibt es die ersten Verrückten die schon die schon einen Zug buchen die Dinge auch wieder praktiken oder nee nein oder einen Zug buchen nach Heraklion und dann gibt es dann Leute dann hörst du die ersten Fans die 20 Stunden nach Griechenland mit dem Zug fahren oder so und dann überlegen sich ja dann überlegen sich andere Verrückten ja gut okay der Zug ist ja ganz nett aber ich will ja sportlich bleiben also fahre ich mit dem Fahrrad das ist die Eintracht liebe Leute deswegen machen wir diesen ganzen Scheiß weil wir so verrückt sind weil wir so verrückte bescheuerte Fans haben die jeden Mist mitmachen und das ist genau das und da muss ich sagen hat sich der Kreis auch geschlossen das ist auch finde ich eine gute Ansage auch von Kovac gewesen der Pokal ist auch oder fast nur für euch denn es ist genau diese Auszahlung das ist das was die was das Feuer in den Herzen der Fans der Eintracht wieder entfacht für nächste Schandtaten für für die nächsten 20.000 laufen durch Bordeaux 20.000 laufen vielleicht demnächst durch Lyon was weiß ich keine Ahnung wer da nächstes Jahr alles dabei ist aber ich kann einen Wunsch will ich äußern ich würde ganz gern europäisch nicht nur europäisch sondern ich würde ganz gern eigentlich mal nach Großbritannien fahren mit der Eintracht da hätte ich auch mega Bock zu ich auch London Istanbul und Braga Grüße gut wir werden uns da sehr ausführlich mit beschäftigen nach der Saisonabschlussfolge und nach einem kleinen Päuschen was wir glaube ich alle brauchen wir wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche lauft weiterhin mit Eintracht Trikots oder Eintracht Shirts durch die Gegend habt das Grinsen im Gesicht freut euch über all die schönen Artikel schaut euch das Spiel noch 43 mal an und wir melden uns in der nächsten Woche mit einer kleinen Saisonabschlussfolge bis dahin macht's gut Saisonabschlussfolge 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 Bis zum nächsten Mal.